White Russians Jetzt auch endlich mit Lizenzproblemen Ja okay, da hat sich noch nichts weiter ergeben Ich denke auch, dass das klar gehen wird mit unserem Video Wir haben ja nur mal Musik, die unter Creative Common ausgewiesen war, genutzt Und das wird schon klar gehen Da mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen Das hat ja sowieso den Stress, da bin ich ja fein raus Und ich möchte nochmal anmerken, auch wenn man da immer ein bisschen schimpft Das war ja auch gerade voll gegen das Establishment Wir freuen uns natürlich, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben Gigabyte an Scheiße auf einer Plattform hochzuladen, die jedem zugänglich ist Von daher, ja, auch wenn Ich weiß gar nicht, ob du das drin gelassen hast In den nächsten Sessions da vielleicht noch einmal ein unversöhnliches Wurt gegenüber YouTube fällt Wir haben die ja alle ganz doll lieb, ne? Ich hoffe, ihr hört das jetzt Unabhängig davon In der letzten Folge ging es ja maßgeblich darum, dass Jojo und Billy sich beworben haben Um endlich auch rechtschaffen arbeiten zu gehen Das ist ja auch was völlig Neues für die beiden Sie haben dann ihren ersten Tag ihren Arbeitstag verbracht War ja auch sehr schön Jojo hat vorher nochmal die Datenwanze untersucht Festgestellt, dass da Creadsticks drin sind Auch keine Ahnung, was das jetzt soll Aber naja, muss man ja auch nicht Wenn man irgendwas irgendwo einsteckt Ist es immer egal, was dann passiert Da muss man sich keine Sorgen machen Die White Russians sind für Aufklärung in der Schule so früh wie möglich Unabhängig davon Billy hat sich mit dem Brumli-Bär angefreundet Da könnt ihr euch auch schon in Zukunft auf rammontische Sex-Szenen freuen Das wird ganz, ne, das kommt nicht Also es wird nicht romantisch Oh Gott Und am Ende durfte Jojo nochmal Ja, den Traum eines jeden jungen Mädchens leben Gerade in Moskau Sie wird ja jetzt berühmt Also sie ging on stage Nicht live, aber immerhin Und durfte da ihr falsches Gesicht zeigen Und das ist ja auch das, was jeder da würde Ein bisschen im Rampenlicht stehen Deswegen macht man ja eigentlich den Job Was anderes Ist ja eigentlich Quatsch Und schlussendlich konnte Machina Noch ein bisschen den Fensterputzer verfolgen Auf das man aus ihm Gewinn ziehen könne Äh, das wird sich in den nächsten Folgen ergeben Was da nun zustande kommt mit dem Bello Und die Runner haben noch festgestellt Dass es ein mysteriöses Studio 10 gibt Ach ja, das kommt ja ganz gut zusammen Mit den rammontischen Sex-Szenen von Brumli-Bär und Billy Also, viel Spaß und bleibt geil So, nachdem ihr da einen zweiten Tag da gearbeitet habt Und Jojo endlich ihre glänzende Karriere als Filmstar anfangen konnte Wolltet ihr ja dann abends noch mit dem Fensterputzer Bello reden, beziehungsweise Machina sollte das machen Drift in Scherfriede Also der besten Gegend Um, weiß ich nicht, sich aufzuhalten Wenn man Pelze trägt Also Billy trägt keinen Pelz heute Abend, wenn sie weggeht Weil es ist ja so eine Biker-Kneipe Das heißt, sie wird sich entsprechend Aus ihrem Kleiderschrank die entsprechenden Klamotten rausholen Und sie wird Sie wird Flummi sei schon Sie wird Jojo eine Nachricht schicken nach dem Motto Wir müssen die Tage mal shoppen gehen, Hase Ich brauche noch so einen Lackmantel Von Jojo kommt nur zurück Wenn ich ausgeschlafen habe Das wird aber noch ein bisschen dauern Jaja, wieso? Wir gehen doch heute Abend weg, du Pissnelge Ich habe schon aus dem Bett aus Voll müde Ich dachte, du hast Novakok besorgt Ja, noch nicht Und nicht für mich Ja, komm Wir müssen jetzt doch antesten Nee Okay Dann lass mal den Spielleiter weiter erzählen Achso, na, ich dachte, er war fertig Wir müssen ja jetzt auf Machen erwarten Achso Die beiden wollten ja getrennt voneinander ins Drift Genau, ihr könnt ja vorher schon mal ins Drifte abhauen Achso, ja Gut, soll ich dich abholen mit dem Pinkpander? Da wir getrennt voneinander ins Drift wollten Ist das vielleicht nicht so gut Achso, auch wir beide wollten getrennt voneinander ins Drift Ja, auch wir wollten eigentlich getrennt voneinander ins Drift Die kennen uns doch schon dort Das stimmt Wir können auch zusammen gehen Gell? Das meine ich doch aber auch hier Dimitri wird doch uns garantiert auch wieder einen schönen, äh, nicht existierenden Cocktail mixen Das ist die falsche Bahn, die du denkst Ja, Dimitri war doch im Drift, ne? Ja, aber der mixt keine Cocktails Genau Da gibt es keine Cocktails Hallo, ich habe Negativier Ja, stimmt, du hast gesagt Ja, nee, da gibt's Bier Bier ist gut Rimmel doch mal zu Billy mag kein Bier Ja, das interessiert mich nicht Jüngermeister kannst du trinken Das hast du auch letztes Mal getrunken Nee, ich trinke Fanta, wenn sie Fanta haben Sorry, aber Weil du hast auch Du Penner hast gesagt im Intro von 8 hast du gesagt Endlich hat Billy Fanta gekriegt Du lügst mir Ich hab noch gar keine Fanta gekriegt Doch, Jojo hat dir welche mitgebracht Ja, Jojo Aber gut Ihr fahrt ins Drift Und ich werde mir die Beschreibung aufheben Bis Mahina da ist Damit es auch Sinn hat Äh Aus dem haben wir das schon mal beschrieben Ja, aber die Situation am Abend Damit es auch schön dicht ist, ja Ähm Dicht sind wir ja auch nicht Nie Kannst du bitte aufhören, das zu betonen Es stimmt zwar, aber trotzdem tut das immer weh Ich fühl mich da wie so ein Penner Du hast gesagt, dass wir den Kristall immer schön pudern Wenn wir anfangen zu spielen und so Ja, stimmt Das könnte ich gewesen Naja gut, also da hast du vollkommen recht Dicht und so weiter Ähm Also ihr kommt da an Es ist besser gefüllt Hier, Dartscheibe, Billard Tischfußball nicht Aber alles drum und dran Bier läuft Lautstärke groß Musik laut Naja, es geht so und nicht so laut Weil Stimmgewirr immer noch lauter Und Es ist der Dimitri, der Barkeeper Und danke, dass ihr euch den Namen gemerkt habt Ist nicht da Stattdessen Ähm Hilft Jäger raus Hatten wir den schon mal im Portion? Nein Nein Flumi Ah ja, stimmt Ah, jetzt muss ich ja Kriegen wir ein Bild? Gleich Jetzt muss ich erzählen Jäger ist, ähm, einer der Falcons Der ortsansässigen, äh, in Chofreno ortsansässigen Gang Ein Typ, der, ähm, Gott, wie sieht denn der aus? Mit ein paar Piercings Mit ein bisschen Eigentlich relativ normal Ein bisschen ausgeflippter Vom Verhalten her auch ein bisschen ausgeflippter Also mit dem kann man ziemlich viel Blödsinn machen Oh Gott, der ist schwarz-weiß Uhu! Ne, genau, mit dem kann man ein bisschen Kann man eine Menge Blödsinn machen Irgendwie, ähm, ist eigentlich auch meistens gut gelaunt Solange man ihn nicht anpisst Und, äh, er liebt Ketchup Über alles Ach, ich kenne Bei ihm kommt auch Ketchup über alles Und, äh, ja, ansonsten Hört ihr euch selbst an Ein Bild kriegt ihr dann Auf der, äh, Seite WordPress Jo Deine Beschreibungen waren auch schon mal besser, ne? Ja, ich weiß Aber das ist immer so nervig, die Sachen zu beschreiben Sollen sich die Leute selbst angucken Ich sag jetzt aber nicht, dass es doch deine Welt ist, ne? Richtig Aber unsere Seite Äh, ja Also der steht auf jeden Fall hinterm Tresen und verteilt Bier und anderes Getränk Gut, äh, wir kommen zusammen da an, haben wir gesagt, ne? Jetzt? Also beschlossen Ne, ich glaub, grad hattet ihr noch beschlossen, dass ihr getrennt ankommt Was auch sinnvoller ist, weil du sowieso mal zu Hause bist Ist auch egal Ist auch vollkommen egal Denn wenn ihr beide da ankommt, wird ihr euch eh beide erkennen Von daher ist es dann hinfällig Ja, Jojo läuft direkt hin Moment, äh, entschuldige bitte Wann hab ich denn mal Shigur kennengelernt? Ähm Bei Jojo Bei, wo wir noch nicht aufgenommen haben, nach Silvester, war der mal kurz da Und der erkennt dann mich, ja? Ja, du bist nicht gerade Ja, du bist, also Schon immer so darauf bestanden hast, dass du sehr, äh, außergewöhnlich bist Äh, ja Bin ich auch Diese Brüste erkennt man gegen den Wind sieben Meilen, die kann man schmecken Das hab ich noch nie gesagt, Mann Was legst du mir hier für Wotte in den Mund? Klang mir, wenn du mir deinen Pimmel in den Mund legst bei der Tischrunde Aber doch nicht, jetzt noch so Wotte Hm, beides ein bisschen schal, ich merk schon Ah, Wunschtraue immer hier Weißt du, was das Traurige ist? Dass du dich dann nicht anders anhörst, wenn er das tut Achso, ja Ja, ist wie ein Bonbon Ein sehr kleines Bonbon Wisst ihr? Ich finde, wir spielen nicht los, bis Machina da ist Weil dann geht wieder die ganze Akku auf sie und nicht auf mich Ich finde, wir müssen das jetzt noch weiter ausnutzen Dass wir die Akku auf dich abladen können Also, ihr kommt rein Jo Jojo läuft direkt hin Ähm, boah, hi Hi Was ist denn mit dir kaputt? Äh, ganz schön anstrengend Also Dimitri krank oder was? Ja, der alte Fettsack hat sich irgendwas zugezogen Also sich nicht, sondern sich irgendwas und keine Ahnung was mehr ist Aber kürzestes Streichholz, kennst du es ja, nee Brauchst du Hilfe? Von dir? Ja, nee, 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 nee Du schmeißt doch noch wieder irgendwas um Ich schmeiß nie was um Du bist ungeschickt, unflätig und allgemein keine richtige Bedienung Ich finde, nee, das machen wir nicht Okay Wie du willst Jetzt, wo ich hier bin, kann ich endlich mal Qualität in den Laden bringen Dann machst du mir das nicht kaputt Pfff Also ehrlich, was mir hier mal unterstellt wird Er blickt jetzt nach rechts zur Türe des Eingangs Äh, sag mal, ist das nicht deine hier Kollegin? Ja Also Ha Und Billy ist im feinsten Aspik mal wieder gekleidet Ähm Im Aspik? Ja, im Aspik, im feinsten Aspik Schleiflack quasi Okay, ich muss mich jetzt aufklären Als Typ dachte ich immer, ist was zu fressen Ähm, Moment, hat Billy das gerade so gesagt? Wie, was? Mit dem Hase Hase? Ja, natürlich hat der Hase gerufen Ähm Jojo, würd ihr nochmal eine kurze Nachricht schreiben? Halt dich ein kleines bisschen zurück hier, bitte Sofort kommt die Nachricht zurück Warum sagst du mir sowas nicht früher? Sieh, von jetzt kommt zurück Weil ich dir das schon ungefähr fünfmal gesagt habe Ey, was ist los hier? Ich komme da rüber Ge-ge-ge-ge-cat-liked Was war gerade? Genau Also du cat-likest dich dorthin Richtig Und Aspik dachte ich immer, ist was nahrungsmitteltechnisches Das ist auch Das ist auch für Katzenfutter gerne benutzt bei Sheva Aber, ähm, im Endeffekt meine ich, ähm, quasi wie der Kronleuchter im Zentrum des Raumes strahlend stolziert Billy herein Hüften schwingend Von Jojo kommt eine erneute SMS Bisschen weniger, bitte Also die Darth-Spieler und die Billard-Spieler Sie blicken Billy natürlich hüftblickend quasi hinterher Und von ihm kommt kein Sondern von ihm kommt ein Das quasi das höchste Zeichen der Bewunderung hier zu sein scheint Oh Mann Das dann auch was mitschwingt bei mir außer die Hüfte, ne? Jaja, genau Mjegor, äh, blickt euch dann beide an, als ihr an der Bar ankommt Hm, und was soll es jetzt sein? Bier Fanta Fanta Also ich habe sowas, sowas Fanta-ähnliches, das ist irgend so ein Na klar kriege ich keine Fanta von dir, du Pissarsch Sonst bin ich jetzt nicht laut gesangt, oder? Nein, das war OT, entschuldige Ich wollte das nur nochmal klarstellen, nicht, dass der Spielleiter jetzt die Worte im Mund umdreht Das hab ich nicht falsch verstanden, sag mal Da fände ich jetzt wieder einen auf die Kasse Boah, Leute, kommt doch mal auf euer Leben zurecht Was ist denn los? Alle gegen den SL Das wird wieder ein ausgesprochen ausgelassener Abend Ja, ich sehe das leider schon kommen Darf ich nochmal ganz kurz den Spielleiter fragen, wir müssten heute den 28. 28. haben, oder? Am 29. schon? Warte, es ist der 27. Abend, steht bei mir Aber am 28. den ganzen Tag, wir beiden am Arbeiten und abends sollten wir Richtig, und abends ist das Treffen Moment, Jojo wird vom Heimwerker King in die Sendung geladen am 29. sogar Jo Du hast irgendwann mal, glaub ich, bist du gesprungen Wir sind nämlich zwischendrin mal gesprungen Das war nämlich schon irgendwie zwei Tage, bevor alles losgehen sollte, dieses Treffen Also, nee, Quark, Moment Das Treffen mit dem Fensterputzer war der erste Tag, an dem wir da gearbeitet haben, glaub ich Und dann? Nein, der zweite Der zweite, okay Am Donnerstag, den 29. April Machina beobachtet die Fensterputzer Das geht schon gar nicht auf, weil Donnerstag, äh, ein 25. ist Jedenfalls, okay, dann sag jetzt du einfach, wie es richtig ist Pass auf, wir machen alle meine Zeitrechnung und die ist günstig für euch Die ist günstig für euch Also, wie viel da ist heute? Heute ist der 27. abends Und das ist der zweite Arbeitstag von euch gewesen An dem Tag war auch Jojo Film Dings Genau, so ist es Dankeschön So, Jojo bekommt ein Bier und, äh, Billy bekommt keine Fanta, aber sie bekommt, bekommt quasi das, äh, was Fanta ist, bloß ohne den Markennamen Bist du jetzt zufrieden? Ja, dankeschön Bin ich nicht, aber ich werde es als, äh, entgegenkommen deinerseits, äh, ansehen Jut Das ist das Beste, was du bekommst in dieser Wahl Außer Jägermeister Ja, nee, du hast das letzte Mal auch gesagt, es war ein Jägermeister verschnitt und kein Jägermeister Du gibst mir nämlich nie Achso Wenn ich ja irgendwas frage, dann kriege ich immer irgendeinen anderen Scheiß Ja, was denkst du denn, Alter, gehst in, 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 in die hier Abfackbutze und denkst du, bekommst du hier Cordon Bleu mit, äh, Sekt und Kaviar drin, oder was? Cordon Bleu hab ich schon selbst Weißt du nicht mal, ich kann mir echte Fanta leisten Oh, Mist So, also ihr bekommt Getränke Dankeschön Gut, äh, suchen wir uns einen Tisch Quark Ist da irgendwas frei, wo, zum, was willst du an der Bar bleiben? Ja, klar Okay Gut Ja Warum willst du nur woanders hin? Ich wollte mich an den Tisch setzen, mein Gott, ich bin halt zivilisiert Zivilisierter Zivilisierter Ja, klar, zivilisiert weißt du Tisch setzen Äh, in der echten Bar sitzt du am Tresen, wo sieht's doch aus? Das ist zivilisiert Ist das gerade Jigor, der mit mir spricht? Ja Hier, Kollege, hat jemand die Null gewählt, dass du dich meldest? Nein Bin ich Der sieht so nett aus Der junge Mann Er zieht einen Mundwinkel nach oben Dann winkt er dich mit einem Zeigefinger ran Und haut mir die Kaffee rein Guck sie gerade echt ernst an Das war, äh, sie grinst gerade nicht Dann ergreift er quasi dein Gesicht Also nicht auf die schöne Art, sondern schön den Daumen ein bisschen in den Kiefer pressen Ach komm Ganz vorsichtig hier, ganz vorsichtig Wollen wir mal auf dem Teppich bleiben? Weißt du schon, wo du hier bist? Anscheinend gar nicht Ich bin immer angewählt So sieht's doch aus Was bist du? Ich bin immer angewählt Trinkt ihr Bier Ich möchte mich an den Tisch setzen Weitwaschen Barbesuche Eskalieren nach fünf Minuten Nein Steht dann auf Äh, ich glaub ich muss noch ein bisschen Geht ihr hinterher Jo, ähm, wenn Billy sich setzt Neben ihr kommt gerade Ähm, die Billiardspieler sind ein bisschen Ich sag jetzt mal nicht Die können's nicht Aber die können's halt so gar nicht Und da flog halt ein Kügelchen vom Tisch Und ein etwas breiterer Rocker-Typ Bückt sich, hebt das auf Wunderbarer Blick auf seinen Bauarbeiter-Dekolleté Ähm, kommt nochmal bei dir vorbei, Billy Äh, du, ne? Mach dir mal keinen Kopf, jo Ey, der Typ an der, ne? Ist da so ein, ist da so ein Gänger hier Und er macht das hier nicht häufig Und weißt du, der, der ist so ein Kleiner Man muss da ein bisschen aufpassen Weil die Kleinen, die wollen ja mal dann zeigen Dass sie trotzdem was in der Hose haben, ne? Jo, bro, äh, 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 sis, mei Ja, und da musst du auch ein bisschen vorsichtig sein Der ist ein bisschen auf Stress aus heute, ne? Danke, das ist voll lieb von dir Ja, ja, einfach, einfach ein bisschen ruhig Aber ein bisschen, jo, alles cool Und dann, dann ist der, ich mein, der ist jetzt nicht Der haut ja nicht so vor die Gasse nach hinten Aber, äh, ist halt schon ein bisschen da Der muss zeigen, dass er hier was kann Eigentlich ist er ja ein Juter Machst du alles schick Hm Dann, äh, geht auf der Beja spielen Herr Jojo kommt ja auch hinterher Setz dich dann irgendwann zu ihr Alles klar? Wenn du mich immer hinschleifst Was für Leute sind Ich hab dir gesagt, halt dich ein bisschen zurück Ich lächel den an und mach einen Witz Und dann haut, dann fängt er mir so an Nee, das, pass mal auf Nee Das ist nicht lieb Das hat damit nicht viel zu tun Was sind denn das für Freunde, die du hast Wenn die so reagieren Ich mein, ohne Witz Wenn, wenn, wenn ein Freund von dir ankommt Und irgendeinen Witz mit mir macht Dann fang ich auch nicht irgendwie an Nee Nein Ich bin da uneinsichtig Das war, das war ein nett gemeinter Ein nett gemeinter Auftauwitz Und dann fängt er so an Egal Wie geht's dir? Ähm Gut Ja Echt Pass mal auf Nur um die Situation jetzt ein für alle mal zu klären Okay Was ich für Freunde hab Das sind Zumindest er Einer meiner besten Freunde Sowas wie meine Familie Meine Familie quasi Ähm Der Grund Nein, nicht Jojo erklärt die Welt Sondern Jojo ist pissig Sag das doch dazu Ich dachte das ist eigentlich deutlich geworden Die ist nur jetzt nicht laut geworden Ich hab dir vorher gesagt Halte dich ein bisschen zurück Das Ganze hat seinen Grund Ich hab dir das schon ein paar mal erklärt Warum Und du wolltest mitkommen Du weißt wie das hier ist? Nö Jojo steht auf und geht zurück zur Bar Der Billiardspieler Rocker Dreht sich nochmal um Als Jojo geht Halte Oh ja Du bist ja der Bar Entschuldigung So Und in dieser wunderbar schönen Äh Angenehmen Atmosphäre Kommt Machina dann auch rein Der Drift ist so eine Naja Biker Bar Ja Biker Bar kann man schon sagen Also draußen stehen auch ein paar Größere Maschinen Die zum Teil aufgemotzt sind Auch ein paar entsprechende Gestalten Hocken da rum Einer schraubt an seinem Dingens herum Ähm Und bringt sein Dingens quasi auf Tour Hä 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 what weelts Und Drinnen hast du halt Nicht unbedingt die besten Möblierungen Aber es gibt tatsächlich Tische So zwei Dartscheiben Billiard Äh Ein kleiner Typ mit Piercings Hinter der Bar Ähm Ö Ö Ö Ö So lauten Na was heißt laute Musik Nicht wirklich Rockmusik Und lautes Stimmgewirr Die Stimmung ist wohl recht ausgelassen Und Es sind doch schon eine ganze Menge Leute da Ähm Billy sitzt In einer Ecke nehme ich an An einem Tisch Neben den Billiardleuten Jojo hängt gerade an der Bar rum Und Ähm Deine Zielperson Dabello Spielt Dart An der anderen Ecke des Raumes Ähm Sind halt so ein paar Zwei, drei andere Typen bei ihm dabei Sein Kind nicht Versteht sich Ist ja auch schon um zehn War ein bisschen später sogar Und das Das sind so Typen Ähm Die würden quasi sagen Es ist scheißegal Ob das Glas Halb leer oder halb voll ist Wenn sowieso noch Pisse drin schwimmt Und er Also Bello Äh Ist da ein bisschen gelassener Und ein bisschen optimistischer Scheinbar Vielleicht auch ein Grund Warum die mit ihm rumhängen Weil er doch ein ganzes Stück Jünger ist als die Okay Ähm Mahina hat sich ja ein bisschen Aufgebrezelt Im Style des Ladens So mit Lederhose geschnürt Und mit Oberteil In Leder Und Versucht sich da so ein bisschen Der Optik anzupassen Und nicht ganz so Nachgruftig auszusehen Mal so reinkommen Den Blick schweifen lassen Billy und Jojo Zwar mit nem Blick Flüchtig streifen Aber nicht offensichtlich Zu erkennen geben Dass wir uns kennen Und dann würde ich mal Auf den guten Typen zuschawenzeln Jut Ähm Er pflückt gerade seine Wurfgeräte Von dem Teil Und als er dich erblickt Siehst du hauptsächlich Unheimliche Überraschung Also er scheint Wirklich verwirrt Ihn mal angrinsen Den Kopf schieflegen Hast du gedacht Ich trau mich nicht Naja also Ah hier Leute Das war Die Sie grinst Und guckt ihn erwartungsvoll an Also das war hier Die Kleine Die beim Fensterputzen Mich angesprochen hat Die wollte Party machen Ne ich hätte nicht gedacht Dass du herkommst Erstens ja Trauen ist schon so ne Sache Ich mein das hier nicht grad So Also ne So Wenn man sich nicht auskennt Wäre ich jetzt nicht hierher gekommen Und Ich dachte auch eher halt Du willst so Party machen Und ich mein hier ist schon was los Ich find's auch cool hier Aber so Party mäßig Dachte ich Hätte ich woanders eingeordnet Weißt du Ach ja Ich bin da sehr flexibel Und du hast gesagt Das Bier ist lecker Und die Leute sind nett Und sie guckt mal so in die Runde Grinst so ein bisschen Scheiße Der hat ja gesagt Das Bier ist lecker Alter Scheiße Was man alles den Bitches erzählt Um ins Bett zu bringen oder Ey das Bier ist lecker Nö Schmeckt echt super Ja dann würde ich sagen Ähm Gebe ich ne Runde aus Guckt mal so in die Runde Ja dat Äh ja Mit Anstand Und die wolltest du irgendwo stehen lassen Ja geh mal Geh mal einfach davor Holst dir mal ein paar Bier Und dann ist das doch super Mahina grinst Nickt Geht zur Bar Und bestellt da Keine Ahnung Äh Nen Meter Bier Gut Der Herr kriegt's auch ausgehändigt Ja dann würde ich mit dem ganzen Schwung Bier zu der Clique zurückgehen Mir ein Bier nehmen Und den Rest auf den Tisch stellen Na dann Jungs Prost Hau weg die Scheiße Äh gut das Bier meine ich Sag mal Kannst du Darts spielen? Na ich hab's noch nicht probiert Aber hey Pfeile Scheibe Zusammen Was zusammen gehört Ich probier's mal Na Moment Dann müssen wir Sag's ja Ähm Na hier der letzte Aus der Runde Von uns vieren Und mit dir dann fünf Der gibt natürlich dann immer Äh aus Ist klar Dann hab ich meinen Einstand ja jetzt schon hinter mir Gib mal die Pfeile her Okay Ja die werden Pfeile gereicht Ja dann versucht Mahina jetzt tatsächlich auch mal Also den ersten relativ lax beim zweiten Wurf Würde sie sich tatsächlich sogar Mühe geben zu treffen Was hast du noch mal in Wurfwaffen? Wurfwaffen hab ich immerhin O Ups 3 Na bist du auf jeden Fall schon ziemlich gut dabei Ähm Ja Sieht gut aus Also im Verhältnis zu Oh ich hab das ja noch nie gemacht Da wurde ich voll die Künstlerin bei den Roma war Mhh Ne das sieht schon ganz gut aus Ja wie gesagt Also beim ersten wird auch gerne ein bisschen Lachser geworfen Damit sie dann alle die gute Mahina unterschätzen Das ist zumindest erklärt Das Ziel Der zweite darf dann gerne ruhig richtig treffen Ja Äh Der trifft dann schon auch adäquat Ja dann würde ich da meine fünf Starts drauf ballern Wird zusammen zählen Die wieder raus zupfen Und mal so in die Runde der Männer grinsen Na also Gar nicht so schlecht Mensch Scheiße Tja Bello Da bist du wieder dabei die Runde zu geben Das ist natürlich ärgerlich Wir machen hier immer so drei Durchläufe Und dann gucken wir mal wie's aussieht Na dann schauen wir mal Jungs Äh Ich reich dem nächsten quasi die Darts Stell mich dann neben Bello Und äh Betrachte das Ganze grinsend Ja die spielen dann halt vor sich hin Manch einer ist besser als du Manch einer nicht Und manch einer ist betrunken Äh Und Es läuft halt nicht viel Sie kommentieren maßgeblich Die jeweiligen Dartkünste des anderen Das ist okay Ich wollte ja auch nicht gleich instant mit der Tür ins Haus fallen Ich spiel erstmal mit Ich bin Teil des Teams Alles klar Ein Team wird alles geteilt Hab ich gehört Äh Ich mein natürlich Genau Bissar also mit Ähm Das zieht sich dann über ein Weiß ich nicht Ein Stündchen Wo dann auch ein paar Bier geflossen sind Und gegen neun Verziehen sich dann auch die meisten Es bleiben dann noch Bello Und sein Freund Pjock Der ist halt Also der Freund Der ist bestimmt schon 50 Gegen neun? Äh Gegen elf Verzeih Danke Ähm Genau Äh Da verziehen sich alle außer Bello und Pjock Pjock so 50 Und äh Sagen wir einfach Ähm Der brauchte die Bier Damit Er nicht mehr so zittert Also er wurde während des Abends besser Okay Ja ich versuche das Gespräch auf jeden Fall am Laufen zu halten Erstmal mit so ein bisschen Bla bla Und hey was für einen Namen Oder was für einen Laden Und was hört ihr denn so Und ne Spielt ihr sonst noch was anderes aus der Billiard So ein bisschen blub blub Und ähm Es ist halt relativ kompliziert Weil ähm Bei den Bei den einfachen Themen Kommt Bello halt Äh ja Kommt so ein bisschen aus sich raus Erzählt halt so ein paar Sachen Was er hört und so weiter Rock Biker Rock Obwohl er kein Biker ist Aber man darf ja Sachen cool finden Bloß immer wieder Kommt Pjock dann halt Der seine So ein guter Alki Der einfach seine Lebensgeschichte Erzählt Ähm Ausschweifend Dann versuche ich das mal Diplomatisch zu machen Ich bin ja auch so Naja im Umgang mit Menschen Nicht ganz so untalentiert Ähm Ich würde mal spezifisch Spellos Blick suchen So dass er auch wirklich weiß Das was ich jetzt sage Gilt eigentlich mehr ihm Und wenn ich das Warte mal Wir sind Das kann man mal ausspielen Das passt viel besser Warte mal Ich muss kurz was überlegen Ja Und dann Also ja Alimente Kann ja auch nicht bezahlen Und die Kinder Sind ja Die sind ja nicht von mir Die Alter hat mich verarscht Hat mich Hat mich verarscht Oder soll ich jetzt ja auch noch für die Bratzen Über das Geld rum Und dann muss ich noch so Und das war Hart war anstrengend Und die Die Chemikalien da Das war alles nicht schön Dann Chronisch Chronischer Chronischer Husten auch Und äh Nimm dich keiner mehr Nimm dich einfach nicht Weiß auch nicht Was ich auch gemacht Ja Ich sag Alter Nee Aber darfst du nie In die Situation Aber darfst du nie kommen Also musst du aufpassen Nee Ist schon schwierig Das glaube ich Das glaube ich Mahina würde mal so Neben dem aktiven Zuhören An den Sprit Den Blick schweifen lassen Zu Bello Ich glaube ich gehe mal eben Für einen Augenblick An die frische Luft Ähm Ich komme gleich wieder Schnappt sich ihr Bier Wirft Bello nochmal Einen durchdringenden Blick zu Steht dann auf Und geht dann Hüfte schwankend Wieder weg Gut Ähm Das wird er wohl Gerade so Gerade noch so Verstanden haben Das heißt Der wird dann auch Wieso Moment Warum Haben wir eigentlich Alle Hüfte Schwingend rein und raus Okay Würde ich gerade auch sagen Wir Frauen sind Und das Tittenbonus ist Junge 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 Wir gehören Zur selben Familie Hallo Hallo Das ist der Genetische Gang Ist das eine Familienkrankheit Eine Beckendeformation Richtig Wir haben eigentlich alle Eine Stahlhüfte Aber die Die haben wir mit Mit irgendwelchen Kleidcreme Ausgenudelt Julio kommentiert Das einfach nur Mit einem Grinsen Wir haben als Kinder In die Muttermilch gekriegt Wir haben als Kinder Kubanerinnen Mit in die Muttermilch gekriegt Mh Kubanerinnen Stinkt ja auch immer Nach Zigarre aus dem Maul Oder was Was Wollt mal Hoben bitte So Also Nimmst du das Spiel Abend Revolution anfangen Oder was Gar keine Bin gleich wieder da White Russians Ja nichts gegen Kubaner Erstmal will ich auch mit Benno anfangen Bevor ich die Revolution starte Achso Auch noch Na gut Dann mit Hüftschwung Da hast du vermutlich Alle Auspuffrohre sicher Also der Kommt Raus Steckt sich ein Kiebchen an Na war ja Ich würde die Zigarette Aus dem Mund ziehen Also ihm die rausziehen Da selber dran ziehen Ihn dabei schämisch angrinsen Ey Das ist meine Kippe So weit sind wir noch nicht Dass du nicht mehr Das Zeug wegrauchen kannst Das ist teuer Mann Er grinst so ein bisschen Was willst du denn machen Mich übers Knie legen Mit den Arschfasolen Nee Kann einfach die Fresse polieren Wie Arschfasolen Alter Bist ja kein Kind Also hier Das ist Das ist schon Richtung Liebstahl Musst du ja vorsichtig sein War dir grad zu viel Mit dem Mit dem guten Pjock Ach er ist echt ein Lieber Und er hat auch echt Eine ganze Menge Scheiße durch Ja er ist echt ein Lieber Komm jetzt Jetzt komm doch mal aus dem Arsch Seiner mal ehrlich Ey der ist ultra nervig Den nehm mal mit Weil der ab und zu Eine Runde ausgeht Wenn er zu besoffen ist Oder wenn er noch zu nüchtern ist Aber mal ehrlich Der ist Sowas von anstrengend Das kennst du doch alles Nach 5 Minuten Und das deprimiert doch auch Wenn du immer hörst Da hier Alles schlecht Das haben wir doch Alles selber in 10 Jahren Wenn ich wirklich schonungslos Ehrlich sein soll Sie nagt mal so ein bisschen Auf ihrer Unterlippe Guckt ihn mal mit so ein bisschen Binzelblick an Eigentlich bin ich nur Wegen dir hier Na Natürlich bist du nur Wegen mir hier Ich hab dir auch Den Laden empfohlen Hey Sonst hättest du ja gar nicht gekannt Du weißt was ich meine Du siehst es kurz rattern Mahina gibt ihm die Zeit Dann Ja das ist auch nötig Ich meine so lange ist es auch nicht Dann Wird er etwas misstrauisch Und zumindest sieht es so aus Ey wie meinst du das jetzt Naja Ich fand dich echt interessant Und Es ist ja für eine Frau Auch nicht ganz so einfach Einen Kerl anzugraben Und ich dachte mir Wenn ich dich frage Wo man hier gut hingehen kann Wo ich dich vielleicht wieder treffe Macht's das ein bisschen einfacher Ähm Äh Dass ich das richtig verstehe Du findst einen Fensterputzer interessant Der seine Finger nach dem Fensterputzen Knie tief Oder Ellbogen tief In der Fritteuse hat Es kommt nicht darauf an Was man macht Womit man sein Geld verdient Oder Man sollte Leute nicht So nach Äußerlichkeiten beurteilen Und zu schnell in Schubladen stecken Das ist ja richtig Aber Ich meine Interessant finden Kannst du mich ja nur Wegen der Äußerlichkeit Du randest mich ja gar nicht Oh hast du mich gestalkt oder was Ja Scherz jetzt hier Klock dir auf die Schulter Sie grinst und poket ihn auch mal an Ne aber Graf ich halt nicht Ich meine Muss ja Hä Hä Was Ich fand du wirktest sehr sympathisch Und du warst nett Und hast mir geantwortet Und Wer weiß was noch dahinter steckt Ist auf jeden Fall interessant genug Um mal hinter die Fassade zu gucken Du findest Du findest Leute interessant Die dir mal antworten Alter Scheiße Wo Wo gehst du denn normalerweise hin Mit was für Leuten Gibst du dich hinab Das ist ja schlimm Ach naja Es gibt solche und solche Du kennst das ja auch Na ja klar Gibt es Gibt es nur irgendwelche Kackidioten Die Die denken sie Wären was besseres Oder so Das ist schon klar Aber ich meine Ja wenn ich da bei jedem Hinter die Fassade Hinter die Mauer gucken Würde der mit mir reden Dass er Da wirst du ja gar nicht fertig Junge Da musst du jetzt auch Das Ja das raff ich nicht Hm Man könnte auch Intuition sagen Irgendwas Hat dich aufmerksam auf mich Oder hat mich aufmerksam Auf dich werden lassen Freu dich doch einfach Oder findest du es so schlimm Sie guckt mal so ein bisschen Schmollend gespielt Hm Ich finde das Nicht schlimm Aber ich Ich raff's halt einfach nicht Weißt du Also sowas passierte ja Im normalen Leben nicht Dass du irgendwie so denkst Boah scheiße Jetzt hier 24. Stock Sah wieder aus wie Sau Jetzt runterfahren Und dann kommt jemand Und im Nachhinein Sagt er dir Yo Du sahst so nett aus Und du hattest einfach nur Die ganze Pranke Voller Vogelscheiß Oder so Das ist ja Kommt ja nicht vor Eigentlich so Tja Vielleicht bin ich auch Was besonderes Und vielleicht Bin ich ja dein Glückstreffer Wer weiß Das ist ein bisschen früh gesagt Hey Pass auf Der letzte Arte Die hat auch so Ja war ich Da war ich auch Oh Hum Hum Also ich war übelst verknallt In die Riecht krass Und dachte mir Boah hier Glückstreffer fürs Leben Riecht geil Ja Und am Ende Ich sag dir Hat sie dir das Herz gebrochen Ja das nicht Aber am Ende stellte sich raus Glückstreffer war es nicht Also es ist schon ein starkes Stück von Ja das Glückstreffer zu bezeichnen Aber ich find's jetzt auch witzig Muss ich auch mal sagen Das passiert mir halt auch nicht Dass im normalen Leben Leute an Und so ne So ne So ne So ne Meinung von sich haben So ne gute Weise Die meisten hier Die sagen halt hier Ich bin doch eh nur Der Abschau Hier von der Von die da oben Und so Das ist ja Ist schon ganz schön krass Auch da sollte man vielleicht Nicht alles nach außen beurteilen Hä Naja wenn ich mir jetzt Nen Hosenanzug anziehen würde Und ne feine Bluse Und nen teuren Aktenkoffer Würde mich das nicht anders machen Als dass ich es jetzt bin Oder sich anders aussehen würde Ja klar würde ich das anders machen Dann hättest du Geld für sowas Das ist doch schon mal was anderes Also ich mein wenn du die Wahl hast Dir sowas anzuziehen Alter ich Wenn ich das Geld hatte Alter ich würde mir so ne Rolex kaufen Und ich würde mir so ein richtig geiles Hemd Und so ein Nagelstreifen Ding anziehen Mit so richtig geilen Boots Die so Lack Und alter würde ich machen Einfach nur weil ich es kann dann Also wisst ihr wie Ja Das liebe Geld Das liebe Geld Ja nicht auch Nicht nur Aber ich mein Dann bist du ja wie Dann gehst du über die Straße Und hast so einen Aktenkoffer dabei Alter da hast du Da kannst du einfach entscheiden Hier ich packe meine Akten aus Und links rechts hier Quartal 47 Du fliegst raus Das ist doch richtig geil Hm Meinst du dass sich dein Leben So drastisch ändern würde Nur mit nem Anzug und nem Aktenkoffer? Ja du könntest dich zumindest so fühlen Alter Da gehst du rum Ich mein Bei mir zu Hause Wurde sehr viel verpugelt werden Ist ja klar Aber Wäre schon Wenn du so rumrennst Wenn du dir das leisten kannst Und da irgendwie City cruised Und dann wirst du nicht mehr angeguckt Wie Zeig mal lieber deine Sin Du Arschloch Was machst du hier Darfst du überhaupt arbeiten Sondern Aha Der Herr Hat nen Anzug an Der Herr ist wer Ich muss da ihn Während er erzählt Eindringlich Wenn ich ihn mal so scannen würde Was ist so mein Eindruck von ihm? Ich bitte um Präzision Ist er tatsächlich Ultramisstrauisch mir gegenüber Oder findet er mich einfach nur ungewöhnlich Vielleicht sogar interessant? Hm Hm Wie formulier ich das denn mal? Na es ist auf jeden Fall ungewöhnlich Dass Jemand ankommt und sagt Du siehst aber interessant aus Und du bist nett Und sympathisch Weil du mit mir redest Weil das irgendwie komisch ist Er ist dir aber generell nicht abgeneigt Er findet dich auch so nett Es scheint so als Also von seinem Standpunkt aus Bewegt ihr euch offensichtlich In zwei Welten Weil er halt Du bist halt das Partygold Das fragt Hey wo kann ich ihm was los machen? Und du bist so voll Jo Und der geht halt schuften Dann hat er mal Freizeit Und dann macht er halt irgendwelchen Shit Und jetzt unterhält er sich mit dir Und denkt sich Boah krass Was Wo lebt die denn eigentlich? Was ist denn mit der? Hm Ich formuliere es anders Er betrachtet sich nicht als jemanden In der Arbeiterklasse Sondern schon jemand höher gestellten Wo auch dann der Zugang schwierig ist In der Wüste Ja Ich versuche ihn weiter Das rede ich ja auch Aber das macht ja nichts Ähm Ich weiß doch bestimmt noch Wir sind doch auch zusammen feiern gewesen Ich kenne doch bestimmt auch einen Club In dem man tanzen gehen kann Der auch ein bisschen Nicht räudiger ist Aber mehr Richtung Biker geht Oder? Äh Nein Also ich meine Das einzig räudige Wo ihr feiern wart Ist das Babylon Was nicht nur in einer Klecklicher Entfernung Zum jetzigen Ort ist Sondern Falls du dich entsinnst Äh Ach so stimmt Du warst Volle keine weggeschossen Ja Nee In dem Land wo wir jetzt sind Läuft keine Musik Wo man dann auch wirklich tanzen könnte Oder? Das ist eher so Nee Das ist keine Tanzbar Das ist halt eher so Die Die Rumhock und Quatschbar Und Dart spielen Hm Ich meine so ein bisschen Über den Arm streichen Ich hätte echt Lust zu tanzen Hast du noch irgendeine Idee Wo man hingehen könnte? Nee Du Ich bin kein Tänzer Ähm Ja Keine Ahnung Äh Da Na warte mal Komm mit Er geht rein Sie grinst und folgt ihm Er geht zur Bar Ey Jigur Ähm Sag mal Alter Du weißt Du weißt Wo was abgeht Du weißt Wo es abgeht Du kennst dich doch aus Ähm Die Lady hier Jigur Die was? Äh Die Ähm Ja genau Die will wissen Wo man hier noch geil tanzen kann Ähm Was sagst du? Ich mach für dich weiter Und du zeigst dir In der geilen Location Jigur Nee Alter Ich mach hier heute die Bar Jungen Kannst du voll abschmatzen Ich geh ja jetzt nicht hier Ich guck hier Dass hier nichts passiert Und das passt dann Alles klar Ja Okay Aber kannst du mir vielleicht noch was sagen? Äh Ja doch schon die etwas härtere Variante Sie grünzt ihn mal an Äh Nenn mich Nazi Aber was denn jetzt Metal oder Elektro? Also Melektro ist ja wohl Ober-Gay Ja Ich dachte auch gerade mehr an so Metal-Richtung Ähm Boah Aha Ogi ist Nee Ogi ist ja nicht mehr Nee Also jetzt Es gibt gerade keine Party Da sieht es jetzt hier gerade echt schlecht aus Musst du aus dem Stadtteil raus Halle 43 vielleicht? Halle 43? Ist jetzt nicht hier Also ist von hier Weiß ich nicht Vielleicht Vier Kilometer Fünf Kilometer Sowas in der Richtung Nee Halle 43 geht nicht Da waren letztens die Spikes Und haben übelst randaliert Ähm Ich wollte irgendwas anzünden Die kleinen Pisser haben Die sind aber auch vorbeigefahren Na egal Nee Halle 43 ist dicht Ogi ist ja nicht mehr Äh Ja Da musst du Da musst du vermutlich schon nach Donzke Oder so fahren Hm Okay Mahina guckt so ein bisschen enttäuscht Richtung Ihrem Gefährten Zuckt an die Schultern Dann wohl wann anders Du kennst ja nicht mal seinen Namen Du bist so eine manipulative Bitch Was ist mit dem Wallpaper? Das ist zwar Auch Das ist ein Donzkei Aber das ist auch nicht so weit weg Also je nachdem wie ihr unterwegs seid Ähm Mahina gibt so ein bisschen den Kopf hin und her Und guckt auf ihren Begleiter Ist nicht nur Metal Die haben auch ein paar andere Sachen Das Ding ist ein bisschen größer Aber möglicherweise Ist da auch was bei Zumindest Das ist geil Also Bello jetzt Immer wieder Körperkontakt aufzubauen Ihn tatsächlich auch nochmal angucken Eigentlich wollte ich dich mitnehmen Mich mitnehmen Ey Ich bin da kein Kommling Ne du Das ist nett Aber ähm Ich muss relativ früh da raus Ich wollte hier halt jetzt noch Ein Stündchen Ein bisschen abgammeln Ein bisschen gucken was so geht Also ein Bier Dann muss ich halt nach Hause Dann ziehe ich wohl in einer Stunde weiter Sie grinst Alles klar Kurt Äh Also nochmal zwei Bier So auf die Tresen klopfen Ja genau Gib nochmal zwei Daher küche ich dann auch zwei Bier Und wenn du morgen früh wieder raus musst Geht's dann wieder zum Fensterputzen Oder hast du noch mehr Jobs Ähm Na zur Zeit ist halt echt ganz geil Ähm Da ist tatsächlich jeden Tag Fensterputzen Ich hab ziemliches Glück Weil äh Also ich hab da keines hin Und da nimmt dich ja eigentlich niemand Aber Azeck hat wieder grad echt Viele Leute angestellt Die da Halt auch ohne arbeiten können Das ist richtig cool Und äh Ich hoffe dass das im Im Sommer so weiterläuft Sonst muss ich halt gucken Was ich sonst machen kann Und ich hab echt keine Lust Das hab ich auch mal eine Weile gemacht In In äh Bratejevo Dort die 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 Sabergülle Irgendwie in den Abfluss zu kippen Das ist echt Äh Jetzt hier einfach nur die Lunge weg Ach ich glaub so der Job als Fensterputzer Ist doch eigentlich ganz cool So mit der Aussicht Und draußen und so Ja eh Aussicht Jedes Mal denk ich mir Alter wenn ihr unterfliegt Bist du am Arsch Und das ist Also ich mein du bist angeleint Irgendwie mit so einem Gummiband So halb Sowas in die Richtung Hast so ein Hast so ein Geschirr An der Nudel So Kratzt ein bisschen am Sörger Am angewöhnst dran Na und äh Da putzt du halt so Und dann läuft halt die ganze Saber auf deine komische Plattform Und dann ist da rutschig Alter Manchmal denk ich mir echt Boah Koller Koller Aber das ist doch bestimmt gesichert Damit euch nichts passiert Oder mit irgendeinem Schlüssel Oder so Das Ding fährt doch nicht von alleine Irgendwo durch die Gegend Ja 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 Gesichert ist das Alter Ey Jeder von uns Der das macht Wenn du da Also du fährst ja früh mit dem Auto hoch Und dann steigst du auf die andere Plattform Und dann gehst du da hoch Dann guckst du erst mal oben Ob das Ding noch irgendwie Ob da alles geölt ist oder so Und dann erzählt man sich halt mal Wie das da so ist Wo die Was da halt funktionieren muss Und wie sich das anhört Wenn das nicht gut funktioniert Und so Weil du weißt ja echt nicht Ob die Teile noch gut funktionieren Oder ob die irgendwie runterfliegen Das kann ja mal echt sein Und das willst du ja auch nicht erleben Aber so Schlüsselnö Ist nicht gesichert Das geht dann alles über Kommen Ah okay Das ist bestimmt toll Wenn man da auf so einem hohen Gebäude Dann irgendwie Gerade irgendwie Vielleicht nachts Oder so die Aussicht genießt Dann bestimmt eine schöne Aussicht Ja also Ich Fang ja Ganz schön zeitig an Oh ich muss mal ganz kurz nachgucken Ob das stimmt Was ich gerade erzähle Warte mal Doch er hatte beim letzten Mal Irgendwann zwischen 5 und 6 Glaub ich morgens Genau War sehr gut Also ich meine Ich fang ja Sau früh an Und da ist es noch nachts Aber du hast halt nicht die Zeit Da zu gucken Klar wenn du mal oben stehst Hast du mal kurz Das ist schon Sieht schon ein bisschen cool aus Gerade mit den Drohnen Die da rumflattern Aber Ja ne Wenn du jeden Tag hast Das ist ja auch scheiße Das glaube ich Ist wahrscheinlich auch die Frage Ob man in Gesellschaft da ist Oder ob man arbeiten muss Sie grinst mal wieder Du willst mich jetzt aber nicht überreden Dich da mal mit hochzunehmen Ein Schellen Wer böses denkt Mahina grinst so ein bisschen Äh Nein Natürlich nicht Ähm Wobei Na Ich Ich mag Abenteuer Sie grinst ihn nochmal an Ja Ich mag Arbeit Also ne Niemand mag Arbeit Aber ich mag Geld Also Geht nicht Wenn du Glaubst du wenn du da heimlich Wenn du Abenteuer suchst Da habe ich glaube ich Es ist hier bald wieder so ein So ein Motorradrennen Äh Auch mit ein paar Jungs Die hier halt so rumhängen Und äh Da kann man halt Am Ziel ein bisschen rumstehen Irgendwo am Streckenabschnitt Das ist ziemlich geil manchmal Weil die halt übelst Durch die Häuserschluchten fahren Und dann voll in die Kurve legen Und wenn man da vorher weiß Wo die Strecke lang geht Ne Und man sich da die besten Stellen Ausgucken kann Stehst du dort da Am besten vielleicht In der Wohnung Wenn jemand du kennst Falls dann mal irgendwas passiert Und da ist der übelste Speed Und das ist schon Das finde ich immer Abenteuer Das klingt cool Und was die Aussicht betrifft Meinst du ernsthaft Dass wenn du da nachts Irgendwie Ne kleine Süße mit hochnehmen würdest Dass das tatsächlich so auffällt Kriegt auch keiner mit Arbeitet nachts auch keiner Na außer den ganzen anderen Wenn du Fensterputzer Ja Und ich meine Für dich gibt es dann keinen Gurt Oder so Das kannst du doch nicht bringen Oh ich würde mich schon An dir festhalten Ich stürze da nicht so schnell Naja Du bist doch stark Und würdest mich nicht fallen lassen Oder Ey siehst du aus Als wäre ich stark Wäre schön Wäre super Da könnt ihr mal ein bisschen Auch einen auf Muskeln machen Aber nee So krass bin ich auch nicht dabei Nee Ey sorry Das kannst du nicht bringen Wenn du runterklatschst Alter Dann Dann komm ich ja wegen 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 Totschlag Oder so einer Scheiße In den Knast Ach Quatsch Wie ach Quatsch Alter Unbefugt Jemanden auf Das Das Hier Gelände Da mitnehmen Haus Friedens Palappel Runterfallen Lassen Was weiß ich Da bin ich noch seit fünf Jahren Im Knast Alter Das geht doch nicht Und wenn es keiner mitkriegen würde Wieso 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 Das ist doch Für alle Sichtbar Weißt du Ich meine Dann Dann kommen ja auch Die anderen immer hoch Und so Aber die putzen doch Nicht nachts Oder Na wieso Die putzen doch Alle gleichzeitig Mit mir Achso Du willst Das ganz nachts Machen Achso Ich hab Ich hab Das Auto Ja Nicht Das Auto Höhle ich früh ab Und Da kriegst halt immer Dann ist das Comlink dazu Um das irgendwie Dann zu steuern Und fährst du die Karre hin Und Also hier aus dem Flugpark halt Dahin Und dann machst du Deinen Job Und dann bringst du Die zurück Mahina guckt so ein bisschen Enttäuscht Brabbelt sich dann aber Okay Und wann ist das nächste Motorradrennen Äh Ich glaube Ich glaube In fünf Tagen Müsste das sein Also hier am Am Zwoten Ja ich glaube Am zweiten War das Muss ich also Tatsächlich mit dem Nervenkitzel warten Bis in der Woche Der guckt ihn mal So ein bisschen Herausfordernd an Naja Ähm Was du auch machen kannst Ist äh Noch ein bisschen Hier durch die Gegend laufen Irgendwelche Leute Anpöbeln Und wenn du dann Ne Knifte ins Gesicht Gehalten Oder ein Messer Hals gehalten Kriegst Dann hast du Nervenkitzel Ich wollte mich Nicht umbringen lassen Ich wollte ein bisschen Spaß haben Ja Weiß auch nicht Was du mit Nervenkitzel meinst Hallo Ich meine Naja Nachts auf einem Hochhausdach Fände ich toll Oder das Motorradrennen Klingt auch Ziemlich interessant Oder Hast du das mitgekriegt Vor kurzem Gab es irgendwie Bei einem Einkaufszentrum Einen Nuttenwagenrennen Das ist jetzt nicht Ganz so mein Fall Aber schon sehr skurril Ne das hab ich Hab ich nicht mit Was ist noch Ein Nuttenwagen Naja Nutten Vor so einem Römischen Wagen Gespannt Und dann Heurücker So Streitkräftemäßig Das ist ein Römisch Mahina versucht sich Das nicht anmerken zu lassen Und krabbelt mal So über ihr Comlink Den Bericht durch Es gab ja einen Offiziellen Zeitungsartikel Über Busus Aktion Und den würde ich Ihm dann mal Quasi in der AR einblenden Mit Bildern Er kratzt sich etwas Verlegen hinterm Kopf Äh Du kannst ihn mal Auf laut Vorlesen drücken Äh ja Klar sicher Dann mach ich das Jetzt auch mal Für ihn verständlich Mhm Er hört sich das halt an Was Was ist denn los Mit den Leuten Wer macht denn So ne Scheiße Ich hab keine Ahnung Ja eingeknastet Verdient Verdient hat er Das Das geht nicht Boah ich hoffe Den haben sie Richtig lange Weggesperrt Also das Ich mein bei so Motorradrennen Das machen sie ja Hier wo Da weiß auch jeder Vorher Bescheid Da geht halt Genau auf die Straße Aber du kannst es doch Nicht in so einem Vollen Einkaufszentrum Machen Was sind denn das Für Spasten Er zuckt so ein bisschen Die Schultern Also ich mein Ich stell mir doch immer Vorher wenn Wenn er Oh Gott Hatte der eine Tochter Oder einen Sohn Ist das lange her Gut Gut Also wenn er Ein Kind Wenn er mein Kleiner Irgendwo da rumsteht Wenn du das vorstellst Boah da geht Den Typ würde ich So fett Verklatschen Das glaubst du nicht Ja Machina grinst Und lächelt Und zieht das Weiter durch Sieht ihre Chancen Aber immer weiter Schwinden Naja Er Findet dich Anders Seine Emotionen Sind immer noch Freudig Und Er amüsiert sie Scheinbar auch Nicht anders Als vorhin Also es ist nicht Irgendwie negativ Geprägt jetzt Die Interaktion Ne das ist schon richtig Das ist auch alles gut so Aber er läuft nicht In die Richtung In die ich ihn haben möchte Ja die Richtung Kenn ich ja nicht Deswegen ja Also doch Ich glaube schon Aber ist egal Ja die Stunde Die er da ist Würde ich auch noch Mit ihm verbringen wollen Ja Wenn du nochmal Solche Dinge versuchst Wie die Armstreichen Oder sowas in der Richtung Dann Wirkt er immer Etwas irritiert Und würde dann Auch immer Dem Körperkontakt So ein bisschen entweichen Ne wenn ich das Bei den ersten Ein, zwei Mal Schon mitgekriegt hab Lass ich das auch Wenn er da nicht Drauf anspringt Gut Wunderbar Er würde sich dann auch Nach der Stunde Verabschieden Mit Umarmung Ja ich würde die Umarmung Durchaus auch erwidern Und ihn auch nochmal drücken Und Hatte er mir zwischendurch Seine Kommlink Nummer Gegeben Nö Hey bevor du jetzt Verschwindest Wie wärst du Gibst mir noch Deine Nummer Für das Motorradrent Achso Ja na klar Hier Nur mal austauschen Er kramt Seine Kommlink Vor Gibt dir Seine Nummer Und Äh Wichert sich auch Deine Wenn es Zulässt Ja ich würde ihm Eine Wegweb Kommlink Nummer Geben Und seine Dann auch Einspeichern Gut Dann wünsche ich dir Eine gute Nacht Und schöne Träume Ja mit Träumen Ist da schon lange Nichts mehr Du fällst hin Ins Bett Bist tot Und am nächsten Morgen Komatös Wachst du so Wieder auf Das ist schon lange Nichts mehr Aber Hast du noch viel Spaß Und so Vielleicht kriegst du ja Hier den Wollkopf Noch überredet Mit dir In das Dings da zu gehen Mach's gut Und hier Bis in 5 Tagen Alles klar Bis dann Tschö Ja Mahina Guckt ihm nochmal Hinterher Und Würde dann ihr Bier Austrinken Ach man Ja Frau Ich ärgere mich Dass ich den nicht Anders gekriegt hab Weil ich wüsste Jetzt auch nicht so genau Dem plump Geld zu bieten Macht auch keinen Sinn Und wenn das Komlink gesteuert ist Kommt er da sowieso Nicht dran Aber wir wissen jetzt Wenigstens Wenn das Ding Komlink gesteuert ist Dass wir In den Wagen Rein Hier irgendwie greifen Können Vielleicht den Typen Einfach mal verfolgen Dann wissen wir Wo der Vogtpark ist Vielleicht kommen wir An so ein Ding ran Ohne viel Aufwand Dürfte sich relativ Einfach gestalten Müsste mal mal gucken Ah Billy kann das Nicht machen Doch kann sie Aber das ist übelst Hart Wenn sie danach Den ganzen Tag Arbeiten muss Weil vielleicht kriegt sie Dann so Kann sie dann Quasi den Code Abfangen Den er da sendet Ah scheiße Das darf Jojo Sowieso alles nicht wissen Mist Ja wir können ja gleich Inplay weitermachen Machina wird euch Auf jeden Fall informieren Was darf Jojo nicht wissen Na nicht Was darf Jojo nicht wissen Aber die kommt auf sowas Nicht dass man solche Sachen Abfangen kann Dass Billy das kann Und so Darüber denke ich nicht nach Macht ihr zu wenig Mit Matrix zu tun Ja aber Billy kann sich Sowas hier denken Ja ja klar Also ich sag mal so Wenn Billy den theoretisch Verfolgen könnte Und möglicherweise Sogar den Code Abfangen kann Wenn das alles Kommlink gesteuert ist Da muss man ja bestimmt Irgendwas eingeben Damit Also irgendeine Passwortmäßig Was passwortmäßig ist Irgendwie so ein Sicherheitscode Oder was auch immer Ich meine es kann sein Dass das zu schwer ist Zu hacken Aber wenn das nicht Zu schwer ist Dann wäre das schon gut Also mal ganz ehrlich Das ist so ein Dusseliger Wagen Der kann doch nicht Wirklich schwer sein Nee aber du weißt ja Nicht welche Software Die da verwenden Weißt du Vielleicht hat er ja Irgendwie einen Dienst Kommlink Und dann irgendeine Freigabe Oder irgendwas anderes Weißt du Das ihn dafür Autorisiert Weil sonst Könnte ja der Schwanz mit dem Ding fahren Das hat er aber Auch gerade erzählt Das habe ich da Aus der Quintessenz Von unserem Hackepetra Rausgeholt Das ist nicht Sein eigenes Kommlink Sondern das kriegt er Morgens Wenn er mit dem Auto Zur Firma fährt Und mit diesem Kommlink Autorisiert Er das hoch Und unter Dings Naja Das heißt Hackepetra Da müssen wir Da müssen wir Gleich mal gucken Das werden wir Dann wohl noch Rauskriegen Wie das genau Funktioniert Ähm Jo Den Rest müssen wir Dann in Play Weitermachen Was war das letzte Sauer Gorschen Akustikporno Ja Mahina wird Wenn sie ihr Bier Ausgetrunken haben Hat zur Bar Zurückgehen Und beiläufig Nochmal den Blick Von Jojo Streifen Okay Du hattest gesagt Hier gibt es Irgendeinen Laden Wo man lustig Weggehen kann Äh Ja Das Wallpaper Lust noch ein bisschen Um die Häuser zu ziehen Oder Nee Aber ich sag dir wo es ist Ich zisch nur gleich Ab nach Haus Sie nickt Kloppt dann nochmal Den Barkeeper Auf den Tresen Guten Abend Dir noch Jo machst das schick Und äh Ist Jojo jetzt noch da Oder nicht Jojo sitzt noch In der Bar Und lass dir mal Von der nix erzählen Die hat eigentlich Immer Bock Was los zu machen Jetzt zeig mal Nicht so ne Muschi hier Und zeig dir mal Was lang geht Was sollen das Ich mein ja nur So ist doch die Sachlage Ich werd schon wissen Wann ich ins Bett will Und wann nicht Hohohoho Na das sind ja neue Töne Alles klar Sonst war es immer das Bier Wann du ins Bett willst Nämlich Nee Äh Heute nicht Madame hat Stress Alles klar Gut Dann ähm Adios Mouchacho Man sieht sich Klar Damit Mahina würde dann auch nochmal nicken Und würde den Laden verlassen Damit steht sie dann auf Und geht raus Geht auch in Richtung ihres Autos Mahina würde mal folgen Und sich aber umgucken Dass jetzt nicht irgendwer Ultimate beobachtet Also ich mein Die hüftschwingenden Damen Haben schon Aufmerksamkeit So kannst du das nicht sagen Jojo schwingt nicht mit den Hüften Ich hab gesagt Die Damen Merkst du schon mal den Fehler Ach gut Gut Willi sind halt mal aufgestanden Ne ich mein ja nur Wenn ihr halt geht Habt ihr natürlich die normalen Blicke Aber nicht ultramäßig beobachten Sondern eher Also Der Hintern Wird halt beobachtet Er wird dann sicherlich ausgewertet Wenn ihr weg seid Das hoffe ich doch Ich hab mir ja geschrieben Mühe gegeben Beim Aussuchen der Lederhose Damit das einen ordentlichen Knackarsch macht Alles unter einer Sieben Bringt mich zum Heulen Willi ist immer hot Hm Ja okay Ihr seid draußen Bin ich ja eigentlich Die Einzige Die ein Vibe spielt Das nicht so bitchy unterwegs ist Mahina säuft, ja. Ich hatte gehofft, dass es die Sache ein wenig vereinfacht, aber... Jojo geht weiterhin zu ihrem Auto. Mahina guckt ein bisschen verwirrt, macht dann drei schnelle Schritte, um wieder aufzuschließen. Hm? Sache vereinfacht? Was ist denn jetzt dabei rausgekommen? Ja, erfreulicherweise nicht so viel, oder unerfreulicherweise nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Wieso, was hat sie denn erzählt? Ja, also zum einen hat er irgendwie ziemlich Schiss und zum anderen ist das von der Sicherung so, dass er gar nicht die Möglichkeiten hätte, da nachts alleine das Ding zu steuern. Er braucht dafür einen extra Firmen-Com-Link mit einem extra Code. Mahina guckt ein bisschen enttäuscht. Das ist so. Ähm, sorry, ich bin saumüde. Ähm, äh, naja, keine Ahnung, hat er nicht ein Kind? Du hattest doch erzählt, als du ihn verfolgt hast, dass er ein Kind hat. Ja. Bist du nicht darüber an ihn rangekommen? Sie guckt dich etwas verwirrt an. Ähm. Hä? Was denn? Ich weiß gerade nicht, wie ich ihn über das Kind dazu kriegen soll, dass er mich nachts aufs Dach bringt. Und dem Kind was zu tun wird's nicht wirklich bringen. Naja, es geht nicht darum, dem Kind was zu tun, aber, ähm, naja, über das Blach, weiß ich nicht, ein bisschen auf Solidarität irgendwie mit Kindern. Und du musstest ja deine kleine Schwester aufziehen oder irgendwas anderes. Und bla, und so, dann fühlt er sich wenigstens verstanden. Und dann irgendwas von wegen, ähm, dann darüber halt auf die Schiene. Ich meine, wenn er ein Blach hat und das Blach mag, dann wird er doch unheimlich viel für das Blach tun. Und dann wird er vielleicht auch mit der Extrakohle irgendwie was anfangen können oder so. Hm, ich bin mir jetzt nicht sicher, dass er mit der Extrakohle was anfangen könnte. Das Problem ist nur, selbst die Extrakohle wird's nicht bringen, weil er nicht in der Lage ist, nachts alleine da hochzukommen. Naja, wir müssen ja auch nicht da hoch. Nee, wir müssen von da oben runter. Das macht's aber nicht einfacher. Na, von da oben runter kann man durch diesen Hausmeistergang, durch diese Hausmeistertreppe. Wir müssen halt, also, ich glaub, das Problem ist, wir müssen mal warten, bis Billy da ist. Oder wir treffen uns am besten irgendwo, wir treffen uns einfach bei mir, okay? Ja, Mahina, Nick dreht sich um und geht bergen. Hm, wie bist du hier? Hm, mit Irvis. Und zu Fuß? Hast du ne? Äh, nein. Dort ist es tatsächlich so abgelegen, dass Irvis und zu Fuß nicht nur sehr weit, sondern auch relativ gefährlich ist. Okay, ähm, hast du irgendwas dabei? Ach, weißt du was, ich nehm dich einfach mit. Also, ich dachte, Mahina wird bestimmt in ihrer Bumsmummel gekommen sein, oder? Hahaha, ich dachte es nicht. Du bist so doof, Tüse, du bist schuld. Bumsmummel ist der perfekte Ausdruck dafür. Das ist innen mit Samt und leicht abgedunkelten rötlichen Farbtönen, also wenn das keine Bumsmummel ist. Nuttenmummel, das ist blau-lila und nicht roh. Es ist ein Nuttenmobil. Darf ich ganz kurz, weil... Nein, es ist nicht. Der Begriff kommt von mir, das hat nix mit Sexualität zu tun, Bumsmummel zu sagen. Bei dir kommt alles mit Sexualität zusammen, erzähl mir nix. Es ist ein Bumsmummel und das ist perfekt so. Ich komm gleich nach, mein Auto steht drei Blocks weiter. Alles klar. Äh, Juju mustert sie. Mein Auto steht hier, ich fahre dich jetzt schnell zu deinem Auto. Sie nickt und steigt ein. Juju bringt sie zu ihrem Auto. Und das galt jetzt für den gesamten Fahrtweg für alle. Gut. Ähm, Billy wird auch eine SMS bekommen haben. Was ist denn eine SMS? Eine Textnachricht. Yay. Ja. Verzeihung. Sie hat eine SM bekommen, eine Short Message, weißt du? Ja, danke schön, das wär nämlich richtig. Ich weiß doch, was der das will. Yo. Ja, ich mach mich dann auch auf den Weg. Ja, wie gesagt, ihr kommt alle bei Jojo an. Danke. So, Jojo lässt sich auf ihr Sofa fallen. Machina lässt sich in den Sessel plumpsen und zündet sich die Krippe an. Äh, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ja, über das Blach an den Typen ran. Naja, ähm, das Ding ist, vielleicht brauchen wir den Wagen auch nicht, um da runter zu kommen. Ähm, das ist halt super als Ablenkung. Pass auf, ich hab da eine Idee. Vielleicht. Und zwar, ähm, dieser komische Heimwerker-Fuzzi-Typ irgendwie, der ist ja relativ leicht zu begeistern. Zumindest wenn der sowas wie Novakog hat. Ähm, dann lässt er sich ja auch ganz gern mal auf irgendwie ein Gespräch und eine Diskussion ein und ist dann recht begeisterungsfähig. Der macht auch zwischendurch immer mal kleine Projekte. Der hat mit Sicherheit auch was, worauf der total abgeht. Ähm, wenn er Bastler ist, hat er das bestimmt. Das haben zwar nicht 100% alle, aber viele auf jeden Fall. So. Und wenn er was hat, worauf der irgendwie voll abgeht und so, das müsste man rauskriegen, was das ist. Ähm, also so eine Richtung halt. Wenn er jetzt sagt, Modelleisenbahnen, dann sind es Modelleisenbahnen. Dann bin ich zwar enttäuscht, aber dann sind es halt Modelleisenbahnen. Oh, ich hoffe, dass es keine Modelleisenbahnen sind. Ähm, auf jeden Fall können wir dann, ähm, weil wir das, hei, weil wir halt mehr bei ihm rauskriegen. Und ja, das ist nur ingame-gegähne. Ähm, dann können wir den vielleicht... Ich kann nicht das gutes Rollenspielen. Dann können wir den vielleicht soweit kriegen, ähm, na, dass der halt irgendwie anfängt, so ein Projekt noch zu schmeißen und da voll begeisterungsfähig für ist und so weiter. Und dann, dass wir halt, also ich und irgendwie Billy kriegen wir da bestimmt auch noch mit rein, weil sie da halt auch noch arbeitet, ähm, reinkriegen, so. Also, dass der uns da länger behält quasi an dem Abend möglicherweise noch. Das ist zwar ein bisschen schwierig zu deichseln, aber naja. Auf jeden Fall, wenn er dann seinen Schuss braucht, seinen Kog, keine Ahnung was, irgendwie müssen wir es dann schaffen, ihm das irgendwie unterzujubeln oder zu sagen, ich meine, es ist ein offenes Geheimnis, das weiß ja eigentlich jeder, dass der, dass der kokst. Und, ähm, wenn wir ihn das untergeschoben kriegen, also, dann können wir vielleicht mal mit ihm da hoch irgendwie, kriegen wir ihn dazu, mit ihm da hoch zu gehen. Also, dass er mit uns da hoch geht. Ähm, es gibt bestimmt. Hoffentlich. Also, auf jeden Fall ein Versuch. Und dann können wir ihm irgendwie halt mal, hier kriegt er halt seinen Koks, aber dann mischen wir da halt was rein, irgendwie. Ich meine, du bist auch die Medizintante, irgendwie. Also, ich dachte jetzt eher an sowas wie Bliss, was ihn halt voll weg, voll weg niedelt, wenn er das durchsneeft. Oder, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas, was ihn halt richtig fertig macht. Ähm, wenn er das durch die Nase zieht. Also, es muss halt irgendwas sein, was in geringen Konzentrationen wir ins Novakog reinmischen können, ähm, damit er das halt, also, damit er nicht merkt, dass wir das Novakog mit was anderem gestreckt haben. Das muss ihn halt voll umrotzen. Ähm. Lassen. Bitte? Lassen Sie es auf jeden Fall zu machen. Also, weiß ich nicht. Also, mir fällt nur Ketamin ein, aber, mal gucken. Äh, vielleicht kennst du ja noch was Besseres, was irgendwie besorgbar ist. Das muss halt auch noch, es muss besorgbar sein. Ähm. Und, naja, dann ist der halt zumindest nicht mehr zu gebrauchen. So, das heißt, wir können dann dieses Ding da anschließen. Und vielleicht kriegen wir ihn dann auch noch dazu, da irgendwie irgendwas anzupacken oder was auch immer. So, dann müssen wir das, müssen wir das Ding halt eine gewisse Zeit da dran, da dran lassen. Ähm. Ich hab jetzt so ungefähr eine Ahnung, wie es funktioniert. Großartig. Umbauen kann ich es nicht. Also, es ginge vielleicht schon, aber ich will es eigentlich nicht versuchen, weil dann die Wahrscheinlichkeit da ist und nicht ganz so gering ist, dass das Ding Schrott ist. Und in der Zeit, also ich sag mal, wenn wir mitbekommen, dann müssen wir uns noch irgendwie Gedanken machen, wie wir das mitbekommen. Aber wenn wir mitbekommen, dass jemand halt checkt, das, was wir da machen. Und es kann sehr gut sein, dass jemand checkt, dass die Leitungen da angezapft werden. Dann, ähm, müssen wir halt eine Ablenkung haben. Irgendwie. Und dafür ist das Ding vielleicht gut. Ähm, wenn dann jemand mit diesem Ding rummacht oder wenn da irgendwas ist halt, dann kann es halt sein, dass die Leute oder dass irgendwie das Sicherheitspersonal oder was anderes erstmal dahin geht und dann, das gewinnen wir halt Zeit, weil jede Minute bringt uns Geld quasi. Also, nein, eigentlich nicht direkt, aber ich sag mal, wenn wir da plusminus, also wenn wir da mit ein bisschen Gewinn rausgehen wollen aus der Sache, müssen wir es halt schon zehn Minuten dran lassen. Und möglicherweise kriegen wir es halt so hin. Meine erste Idee war ein Feuerwerkskörper irgendwo außen am Gebäude, aber ich hab da halt auch ein bisschen Angst, dass sie dann irgendwann Schiss haben und das Gebäude wieder dicht machen, so wie letztes Mal. Und das war halt nicht so geil. Mahina lässt die Schultern hängen. Ich hab von sowas keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, wie hilfreich ich da sein kann. Das ist ein bisschen unglücklich. Na, sei kreativ. Ich mein, du sagst doch, du kannst mit Leuten. Vielleicht kannst du zumindest irgendwie mal gucken, wenn wir was über den Typen rauskriegen oder Billy was über den Typen rauskriegt. Möglicherweise kriegst du halt ein paar Infos über den Kerl. Wir haben immer noch den Hausmeister, den ich rausgesucht hab, nicht angezapft. Das wäre eine Sache. Und das Zweite ist, ich verstehe mir nicht ganz, was das Problem wäre, dem Typen zu folgen, um zu gucken, wie der das Comlink kriegt. Oder wenn die das Ding anzapfen, kann ich auch mal schauen, ob ich irgendwie was machen kann. Siehste, noch einen Plan. Wenn er kriegt doch irgendwie diesen Wagen. Irgendwo muss er den noch abholen. Wenn wir das rauskriegen, wie das Prozedere ist, dann können wir den Wagen vielleicht einfach klauen. Also es kann sein, auch wenn der Kommunikation abläuft zwischen Comlink und diesem Fensterputzwagen, dann wissen wir vielleicht schon mal mehr. Ja, nicht nur. Weil die werden ja weggefahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Mal hin, Anik. Ja, okay. Also, warte mal. Entschuldigung, aber ich muss jetzt kurz OT gehen, damit ich mir das besser vorstellen kann. Also da hängen irgendwelche Wegen am Gebäude dran. Richtig? Esel? Na oben hängen quasi diese Teile und die gehen nur bis zum x-ten Stock und unten kommt dann tatsächlich dieses Auto, was auch nochmal von unten nach oben was dran fährt. So wie so ein Feuerwehrwagen quasi mit diesen... Genau, das ist der untere Teil und das ist eine Hebebühne, ja. Also brauchen wir was physisches tatsächlich, diesen Wagen und wie weit ist der Korb von dem untersten Stockwerk weg, sag ich mal, oder von der Straße? Ich glaube, das waren sechs Stockwerke. Das ist eine ganze Menge. Das Ding hat ja auch einige. Ja, wenn wir den Wagen kriegen, vielleicht, dann ist der Wagen mit Sicherheit schon eine recht große Ablenkung sogar, wenn damit irgendwas ist, weil je nachdem, wann wir das Ganze veranstalten, haben diese Wagen da eigentlich nichts mehr verloren. Ja, das ist aber das Hauptproblem eigentlich, wenn da ein Wagen unten steht, einfach so außerhalb der normalen Fensterputzzeiten. Ja, Moment, das ist ja der Witz an der ganzen Sache. Wenn wir es schaffen, bevor wir das machen oder Mahina so weit kriegen, dass die es schafft, den Wagen zu klauen, und dann damit da hinkommt, dann kann sie wenigstens für Ablenkung sorgen, wenn wir die Ablenkung brauchen. Es kann halt sein, dass wir Glück haben und keine Ablenkung brauchen. Aber wenn wir Ablenkung brauchen, dann bleibt eigentlich nur Mahina, um sie auszulösen. Verstehst du? Die zweite Möglichkeit sind halt irgendwelche komischen Feuerwerkskörper oder von mir aus auch irgendwelche Wanzen oder ein Ladestreifen oder irgendwas anderes, was, was, weiß ich nicht. Also kannst du, kannst du, Billi, sowas, kannst du Leuten irgendwas unterjubeln? Kann das irgendwer von uns? Okay, ich kann's nicht, aber kann das irgendwer von uns? Mahina, kannst du sowas? Du bist doch hier geschickt, dachte ich. Du kannst doch zaubern. Verdammt, mach was damit. Ja, Mahina wiegt den Kopf hin und her, irgendjemandem eine Wanze unterschieben oder sowas. Du bist doch eine Funze. Warum machst du damit denn nichts? Weil Unsichtbarkeit ganz schön schwierig ist und ganz unsichtbar werden kann ich leider nicht. Ja, halb unsichtbar würde schon reichen. Plus, du kannst doch bestimmt noch mehr, oder? Also du kannst doch nicht nur halb unsichtbar werden. Du hast gesagt, du bist so mächtig, dass du das andere Magier nicht erkennen, dass du magisch bist, also dass du so gut bist und dann, wenn die nicht mächtig genug sind, das zu erkennen, Stopp, 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 Mahina fuchtelt mit den Händen rum. Stopp, das habe ich so nicht gesagt. Doch, das hast du genau so gesagt. Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, dass die Mondin mich verschleiert. Das hat nichts mit Macht zu tun. Okay, ähm, dann sei mal nett zu ihr und machen bis bete ein bisschen und vielleicht kann sie dann irgendwas Nützliches machen? Licht aus oder Licht an oder irgendwas anderes? Ich kann auf jeden Fall unten ins Foyer gehen und dafür sorgen, dass da ein bisschen Trubel ist und dass da Aufmerksamkeit ist. Ablenkung wird bestimmt gehen irgendwie. Na, na, nee. Also das meine ich nicht mal, aber vielleicht, also ich sage mal so, wenn da vermehrt jetzt irgendwas ist, also zum Beispiel wir es schaffen, da möglicherweise sogar so was wie eine Ablenkung zu schaffen im Sinne von, dass da irgendwelche Leute, keine Ahnung, und wenn es, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich sowas bauen kann, ähm, na doch, vielleicht schon so ein kleines Sendegerät und das dann die ganze Zeit, okay, da kann Billy, Billy, kannst du sowas, kannst du Spam produzieren? So richtig, übel Spam? Ja, kann ich. Erstens, B, habe ich mir auch gerade noch überlegt, wenn man die Kameras quasi unten fehl senden lässt, dass die quasi alle Anzeigen auf einmal, dass alle Ladendiebstahl haben oder halt, sage ich mal, zehn Prozent von den Leuten, die sich unten im Laden aufhalten, in den Läden aufhalten, dann würden wir schon mal eine riesen Ablenkung schaffen. Doch, das wäre möglich. So was, also ich glaube, so ein paar verschiedene Sachen wären eigentlich ganz geil. Also so zum einen, dass du halt irgendwie sowas wie, wie ein Ladendiebstahl, dass man sowas wie ein Ladendiebstahl faken kann. Dann können vielleicht ein, zwei, drei Leute so ein bisschen so irgendeinen Sender haben, die halt, ich weiß nicht, wenn du sowas kannst, die halt die ganze Zeit richtig übel in Spam verschickt. Die Leute wissen ja nicht, dass die diese komischen Geräte haben. Das heißt, es sendet einfach die ganze Zeit irgendeinen Rotz und es nervt tierisch. Und, ähm, wenn man den Leuten sowas in die Tasche schmuggeln könnte, das wäre halt richtig geil, weil dann, viele Sachen, und das führt vermutlich nicht dazu, dass die das ganze Gebäude abriegeln, sondern einfach nur, dass irgendwie die Leute beschäftigt sind. Und dass man das mit dem, ich weiß nicht, ob man das mit dem Ladendiebstahl irgendwie faken kann, aber das ist doch bestimmt auch irgend so ein Signal, was die dann senden. Also so einfach so eine RFID oder irgendwas anderes. Ich möchte hier mal kurz einschreiten. Was denn? Ja, bitte. Das, ähm, wegen der Kameras, die waren ja durch den Host von, was war es, irgendeinem Neonet-Tochter, ähm, gesichert. Und der war Erika. Und das war relativ heftig. Also die Kameras anzugehen, könnte schwierig werden, aber Ladendiebstähle kann man ja auch anders simulieren, um es mal so zu sagen. Ja, die haben ja nicht nur, es geht ja nicht um die Kameras, aber die haben ja immer diese Sender, die halt diesen RFID-Code empfangen, der quasi als nicht bezahlt gedingst ist. Das werden die ja wohl nicht geändert haben. Also ich denke, ich könnte uns kleine Gehilfen anschaffen, die unseren, ähm, die im Endeffekt Trubel da unten anstellen. Meinst du sowas wie Erbs? Erbs ist lieb. Sag das nicht zu Erbs. Nein, sowas ähnliches meine ich. Ja, aber, ja. Du weißt schon, was ich meine. Ich weiß doch nicht, wie sich das nennt. Sprites. Doch, Sprites, genau. Einen Sprite. Mehrere Sprites eventuell. Mehrere Sprites, alles klar. Ähm, na, siehst du, ist doch voll gut. Und dann vielleicht, wie gesagt, also sowas ähnliches halt. Also das zum Beispiel, ich glaube, wir brauchen echt mehrere kleine Sachen. Das wäre voll gut. Also ich denke, über die Schiene, die ich gerade angesprochen habe, könnte ich wahrscheinlich über mehrere, längeren Zeitraum, sag ich mal, äh, Trubel anstellen da unten. Aber, ja, doch, ich halte mich damit auch mehr oder weniger aus der Sache raus. Aber kann trotzdem da unten Toho über Bohu veranstalten. Hm. Na, es... Irgendwelchen Leuten irgendwelche Sender unterjubeln und irgendwelche Drogen so verfälschen, dass die andere Wirkungen haben, das kriege ich auf jeden Fall hin. Nächste, das ist doch mal gut. So, das heißt, also was man halt gut machen kann, ist gerade wenn du, wenn du unten bleibst, Mahina, ähm, zum Beispiel, also wenn, müssen wir dann gucken, aber, ähm, zum Beispiel dann irgendjemand einen Ladestreifen irgendwie unterjubeln. Ich meine, die Dinger kosten kein Geld und, ähm, das hält zumindest die Sicherheit, dass man unten beschäftigt. Also ganz unten am Eingang und, ähm, also so zur richtigen Zeit halt. Vielleicht sogar, wenn wir rauskommen, das ist eigentlich, also so kurz bevor wir rauskommen, wenn das hoffentlich zeitlich hinhaut. Aber das wäre, glaube ich, ganz gut. Dann ist der nämlich beschäftigt und achtet nicht auf uns, möglicherweise. Ähm, und dann halt so, so viele Kleinigkeiten. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, was, was die Sprites so können. Und ich hab, wollte auch nicht sagen, dass Erbs böse ist, aber ich wollte einfach nur verstehen, was du mit kleinen Gehilfen meinst. Ähm. Ja, wir geben uns da aber eine komplett, also ich gebe mich da in einer komplett anderen Sache hin als Erbs. Aber okay, das sind Details, das braucht jetzt keiner zu verstehen. Das musst du mir irgendwann mal in Ruhe erklären, glaube ich. Irgendwann. Du hast ja schon den, du hast ja schon den ja nicht verstanden. Irgendwann werde ich dich darüber so irgendwann mal ausfragen. Auf jeden Fall, ähm, weil ich gerne verstehen will, was du da tust. Oder, was du nicht tust, sondern, egal. Ne? Wie das alles funktioniert. Ähm, genau. Und sowas halt und vielleicht wirklich, also ich weiß nicht, ob man das kann, ob man diese komischen Sender da manipulieren kann, aber wenn da irgendwie mal ein, zwei, drei, vier Landdiebstähle so, das ist, glaube ich, schon ganz cool. Äh, also es ist jetzt so das, was mir einfällt und alles andere als Notfall. Irgendwie. unten ein bisschen Chaos veranstalten durch Ladendiebe, die keine sind und so eine Geschichte, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Mahina nickt und sieht wieder ein bisschen zuversichtlicher aus. Das klingt auch nach dem Plan. Jetzt musst du noch oben den Typen, nur noch den, den Baumeister Bob umpolen. Wie willst du dem eigentlich Druck antreten? Das weiß ich auch noch nicht genau. Na, müssen wir mal gucken. Vielleicht kannst du mir da auch helfen. Aber du hast auch nicht viel mit dem zu tun, ne? Aber wobei, du siehst ihn vielleicht öfter. Nee, ich mach ihm die Maske. Ich mach ihm die Maske und ich kann vielleicht mal, aber ich kann ja nicht sagen, dass er ein Zeug von dir bekommt. Nee, um Gottes Willen, nee, 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 nee. Ich denke, damit werde ich auch recht kurzfristig raushauen. Das werde ich auch recht kurzfristig dann raushauen. Ich weiß halt noch nicht, ob's klappt. Vielleicht kann man das in Kombination machen, dass wenn Billy ihn schminkt, sie aus Versehen irgendwie, keine Ahnung, er wird ja irgendwas dabei haben, sein Zeug versaut und er dann über dich versucht, Nachschub zu kriegen oder so. Der weiß ja nicht, dass ich da in die Richtung überhaupt was besorgen kann. Da hat er doch keine Ahnung von. Ich hab's ihm das auch nicht gesagt. Ich wollte das jetzt noch nicht, weil ich ihn jetzt seit einem, anderthalb Tagen kenne. Aber möglicherweise, also während das, ich weiß nicht, Billy, hast du ihn geschminkt? Ja, mehrere Male. Okay. Ja, ich hab das doch nicht so richtig mitgekriegt. Doch, ich hab's wohl mitgekriegt. Gott, das war fürchterlich. Nie wieder stelle ich mich vor eine Kamera. Nie wieder. Blöde Drecksäcke. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Brauche ich so einen Fragesinn, um da unten reinzukommen? Nee, reinkommst du so. Aber nur in die unteren Ebenen dann, ne? Ja, nur in die Verkaufsebenen halt. Ja, das reicht ja. Da kannst du halt nur nicht in die Geschäfte, beziehungsweise doch, du kannst sogar in die Geschäfte, aber du kannst nichts kaufen. Wie leid, der korrigiere mich, wenn ich jetzt nicht Blödsinn erzähle. Na, ohne Sinn was kaufen, ist relativ kompliziert. Genau, aber man kann halt da unten rein. Ja, wenn ich vorher, also ich meine, die Gefahr ist immer noch gegeben, dass auf dem Weg dahin eine Sinnkontrolle kommt. Aber prinzipiell geht das so. Habt ihr ja auch schon ein paar Mal gemacht. Ja. Genau. Ist das denn so, also rein Offplay gefragt, ich kenne das ja auch aus unserer jetzigen Zeit, dass du ein Einkaufszentrum bisweilen mal Leute hast, die da Action machen, sei es jetzt irgendwie Musik oder sonst irgendwas in der Richtung. Ist das da auch so, oder ist das da alles sehr clean? In dem Teil ist es tatsächlich sehr clean. Einfach, weil der Platz für Gaukeler nicht gegeben ist. Und es ist, glaube ich, ein reines Technik-Kaufhaus. Und es ist ein reines Technik-Ding. Also in großflächigeren Malls, wo man auch was essen kann, das kannst du ja zum Beispiel auch nicht, da ist das, dort tatsächlich, wird es nicht gern gesehen. Naja, das ist doch schon mal ein Plan. So, jetzt kann man vielleicht noch so beim Schminken versuchen, dem Kerl das Zeug abzuziehen, wobei ich nicht weiß, wo der das hat. Zur Not. Wobei das auch ein seltsamer Zufall ist, wenn er was plötzlich nichts mehr hat und ich plötzlich was habe. Das ist vielleicht auch nicht so geil. Müssen wir mal gucken. Irgendwie müssen wir das halt hinbekommen. Vielleicht kriege ich ja im Laufe der Zeit jetzt noch mehr über ihn raus. An das Koks komme ich vermutlich auch ran. Das habe ich schon mal vorsorglich, da habe ich schon mal vorsorglich nachgefragt. Wenn es nichts geworden wäre oder wenn der Plan scheiße ist, dann kann ich es immer noch anderweitig wieder loswerden. Aber ich dachte, dann habe ich wenigstens was. Ich habe mal nachgefragt, dass sie mir möglichst das beste Zeug geben, was sie haben. Ich weiß nicht, ob das klappt. Denn ich denke, das beste Zeug, da ist immer noch nicht so gut wie das Zeug, was er kriegt, aber was er rankriegt, aber wahrscheinlich besser als nichts. Glaub mir, wenn ich das getunt habe, hat er den Flash seines Lebens. Mal hin und kurz ein bisschen. Ja, aber wenn er sich damit auskennt, dann merkt er das doch, dass das, also ich sage mal, wenn er sich damit auskennt, dann wird er schon merken, dass das Zeug, was er da kriegt, nicht so prall ist, wie das, was er sonst hat. Vermutlich, weil er halt einfach mehr Kohle hat. Outgame, er wird einfach sofort merken, dass da was anderes drin ist. Ja, deswegen ist ja der Plan, dass das, was da drin ist, so niedrig konzentriert sein muss, dass er das nicht sofort merkt beziehungsweise es erst dann, wenn es zu spät ist. Ja, da gehe ich ja mit, aber ich sage mal, wenn er sich mit seinen Reingepfiffen hat und dann merkt, dass es irgendwie komisch ist, ist egal, weil danach kippt er eh um. Wenn du das hinkriegst. Es muss halt schnell wirken, das ist der Witz dabei. Ja, Meister, da fällt mir doch bestimmt irgendwas ein, was man da lecker drunter mischen kann. Ich habe da ja diverseste Sachen, von denen ich mich da auskenne. Jeder liebt Ketamin. Ketamin, kleine Dosis, großer Spaß. Der steht neben sich und das ist nicht nur richtig, würde ich sagen richtig und ist dann einfach, also der hat dann überall Spaßbad quasi. Das kriege ich auch hin, das traue ich mir nicht nur zu, sondern das funktioniert auch, oder? Na, das funktioniert auf jeden Fall. Also ich meine, es wird als Droge benutzt und als Veterinärbetäubungsmittel. Von daher, das Zeug funktioniert, das richtig zu mischen. Kannst du ungefähr abschätzen, wie viel du da reintun solltest, dass es nicht so auffällig ist und bla und das ranzukommen, kurz überlegen. Ein bisschen Bliss kriege ich vielleicht auch noch rein zur Not. Bliss ist übrigens vielleicht in Kombination mit all den anderen Sachen nicht der Plan. Okay. Bleibt mal bei Ketamin. Okay. Ja, Mahina wiegt auch so ein bisschen den Kopf hin und her. Ich glaube, die sinnvollste Art wäre, wirklich den Ketamin da zu versetzen und ihn damit auszunocken. Dann nehmen wir Ketamin. Der zieht sich bestimmt sowieso ein bisschen mehr, da ist das nicht ganz so schlimm, dann ist das eben ein bisschen verdünnter, wobei wir eben genug reintun sollten, dass er auf jeden Fall umkippt. Den Nektus kriege ich von der Dosierung, denke ich hin. Hast du Ketamin? Na, jetzt nicht so auf Tasche, aber... Kennst du hier in der Stadt wen? Der ist... Du bist noch nicht lange hier, ne? Ich überlege mal, mein Schatz würde an sowas nicht rankommen, oder? Würde er vielleicht, aber es ist jetzt nicht unbedingt sein Betier. Ansonsten frage ich mal... Olga. Also wenn du bessere Quellen hast, dann eher die, weil ich habe hier noch nicht ganz so die Connection. Na, ich habe drei Möglichkeiten. Ich muss einfach mal gucken. Vielleicht kriege ich. Und Billy, hier, du kannst mal deinen Doc fragen, vielleicht kommt er auch an sowas ran. Boah, ich kann Dr. Nikolai sowas nicht fragen, echt. Na, wenn ich an nichts rankomme, wirst du ihn fragen müssen. Aber ich hätte da auch noch was. Ich habe seine Comlink-Nummer. Ich weiß nicht, Billy, kannst du mit der irgendwas anfangen? So ortungstechnisch oder so? Ja, orten, eventuell, ja. Aber brauchen wir eigentlich nicht. Wir wissen ja, wo er jeden Morgen aufschlägt. Ich dachte, dass du vorher an die Autos kommen wolltest. Ich wollte schon sagen, wir müssen wissen, wo die Autos stehen vielleicht. Düss. Orten braucht zwei Marks und bei seinem Comlink kriegst du das auf jeden Fall hin. Das Ding ist bloß, du kannst es halt nicht unendlich lange aufrechterhalten, weil dein Overwatch-Score dann die ganze Zeit wächst und du irgendwann entdeckt wirst. Aber hinkriegen tust du das auf jeden Fall. Weil das Comlink von dem ist... Ja, ne? Hm. Hm. Okay, dann gucke ich jetzt mal, dass ich Ketamin rankriege. Nahina nickt und würde Billy dann auch die Comlink-Nummer geben? Ja, da gibt es einfach ein Matrix-Perception. Ja, das, was ich gerade gesagt habe. Also das Ding hier, Marx drauf zu machen, ist ungefähr wie der Toilettengang. Nicht schwer. Brauchen wir nichts zu machen. Gut. Kann man bei Olga jetzt noch anrufen? Was ist die Uhrzeit? Musst du mir sagen. Können kann man immer. Ja, sagen wir es mal so, ist ja extrem pissig, wenn ich jetzt versuche anzurufen. Das dürfte jetzt gegen 1,5 sein, oder? Ja. Oh Gott. Wie hoch hast du die Loyalität? Auf 2 ist es nicht so hoch. Weißt du nicht, du hast noch nicht so spät nachts. Du wolltest doch immer bloß deine ganzen Abtreibungen gemacht haben, Mensch. Stimmt. Deine ganzen Abtreibungen, wie das klingt. Ja, irgendwie muss man die Kinder ja wieder loswerden, wenn man mal gerade besoffen war und nicht aufgepasst hat. Jojo wirkt jetzt nicht, wie einer dir aufpasst. Ähm, weiß er nicht. Hm. Hm, 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 hm. Naja gut, die Zeiten, die human sind, da kann sie nicht anrufen. Ähm, dann macht sie das jetzt trotzdem. Ey, du alte Pissflitter. Es tut mir ganz, 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 ganz fütterlich leid. Ja, halt die Fressung, kommt zur Sache. Gut, ich brauch Ketamin. Hm. So schnell wie möglich. Hast du dir etwa so einen geilen Hengst geladen, oder was? Nee, überhaupt gar nicht. Ähm, ist ja eigentlich auch egal. Also, ich brauch das Zeug, wie schnell kommst du da ran? Wie viel willst du denn haben? Sie hält mal Mahina, die, die schnell die Ohrmuschel zu. Wie viel brauchen wir denn? Mahina überlegt kurz und gibt da eine Menge von Meister genannt an. Was haben wir gesagt? Ein Gramm ungefähr? Nee, ne? Ein Gramm war zu viel, zu viel. Wenn du dir ein Gramm-Ketamin pfeifst, dann bist du erst mal weggedöselt, Alter, aber wie, wie Sau. Nee, 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 nee. Aber du kannst normalerweise als kleinste Einheit nur einen Gramm kaufen. Vielleicht 0,5. Naja, das wollte ich ja, also ein Gramm drunter, drunter kann ich das doch gar nicht verpacken. 0,5 geht vielleicht. In einer Kapsel, das war's dann aber auch schon. Hast du eine 400 Gramm, also 400 Milligramm so rum. Ich würde kurz überlegen und dann zu Flummi gucken, reicht ein halbes, wenn mehr, dann maximal ein Gramm. Ähm, na, halbes Gramm, Gramm, sowas in der Richtung. Halbes Gramm, Alter, für sowas rufst du mich an. Ja, es ist wichtig, dann nehme ich zwei Gramm, passt. 40 Nujen, übermorgen. Läuft. Übermorgen, passt das vom Datum her noch? Ja. So, Pi, vielen, vielen, vielen Dank. Ich komm's dann abholen, sobald's mir möglich ist. Wann kann ich spätestens abholen? Also, pass mal auf. Übermorgen ist der 30. So, glaube ich. Genau. Und, boah, das ist ja Tag der kulturellen Vielfalt. Das ist ja super. Und am 30. Monatsende, also zwischen 15 und 20 Uhr, kannst du das abholen. Kann das auch jemand anders für mich abholen? Kenn ich den? Ja. Na, dann läuft das, wär's denn was. Das Mädel, was bei Billy da war. Die mit den Haaren. Ja, 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 die Milz und, und die. Ja, genau. Albino-Frau. Kann sie machen. Voll gut. Danke, 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 danke. Mahina zeigt auch mal zwei Daumen hoch. Jetzt lass ich dich weiter schlafen. 40 Nguyen haben wir gesagt. Ja klar, passt. Gut, bis dann. Tschüss. Piep, piep. Okay, sie kriegt ein Trinkgeld, sagt Jojo, als sie aufgelegt hat. Ups. Mahina nickt. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Läuft. Oh, danach hab ich noch genug um. Das reicht noch für uns alle, Mensch. Ähm. Das hab ich noch nie ausprobiert. Krasser Scheiß, dann wird's Zeit. Also wenn ihr mal lustige Sachen ausprobieren wollt, Mahinas Augen glitzern, ich könnte da auch mal was zusammen mischen. Ähm, egal, darum soll's jetzt gar nicht gehen, aber okay, Ketamin haben wir sicher. Ähm. Was ist denn mit dem, ja, genau. Haben wir auch sicher. Gutes Zeug? Na, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie gut das Zeug ist, was ich halt kriege. Wenn du besseres Zeug kriegst, dann... Ich könnte eventuell fragen, ja. Wo denn? Ich kann bei Boris in den Club vorbeifahren. Bei Boris? Mhm. Boris hat immer extrem guter Scheiß. Da könntest du eventuell echt besseres Zeug kriegen, ne? Rein theoretisch, ja. Ich kann bei Boris im... Heute ist, was, Donnerstag, ne? Also jetzt mittlerweile Freitag. Du weißt, ja, du weißt, dass wir bald schon wieder aufstehen müssen, ne? Ja, wenn ich jetzt zu Boris fahre und Nova gucke, dann überleg dir mal, was ich jetzt gleich mache. Ich muss das hier antesten. Boah, was anderes gibt mir Boris ja gar nicht. Scheiß. Stimmt, da sollten wir sowieso noch mal hin. Irgendwie noch haben wir eines hin. Haha. Ach, Scheiß, komm. Gute Idee. Ab geht's in den Club. Wir fahren zu Boris. Willi. Willi, du weißt, was passiert, wenn ich jetzt nicht pennen gehe, oder? Wart, wir ziehen eine Nase bei Boris im Club und dann haben wir noch... Nee, nee, nee. Doch, doch, doch. Ganz beschissene Idee. Voll gute Idee. Ich mach dann noch Make-up gleich. Willi, was passiert denn, wenn die aufhört zu... Wenn es aufhört zu wirken? Bist du dann... Schmeißt du dir? Ich kann überhaupt nichts mehr tun. Dann schmeiß ich dir noch mal Speed nach. Aus dem Magi-Chinova-Cook nicht. Dann ziehst du noch mal Speed nach. Ich wollte gerade sagen, der Fehler ist doch, dass es aufhören soll für mich. Genau. Ich kann aber jetzt nicht die nächsten paar Tage auf dem Shit sein. Das geht nicht, Willi. Das geht nicht. Du bist eine Lahme und Nuss, ey. Das hat damit nichts zu tun, aber ich weiß, wie ich bin, wenn ich das Zeug genommen habe. Und ich weiß auch, dass es auf einer Fete echt geil ist, aber... Ich fahr jetzt zu Boris. Du kannst aufhören, nicht rauszureden, wie immer. Ich fahr jetzt zu Boris im Club. Ey. Ich fahr jetzt kurz an. Lass ich hinkommen und dann... Ist ja gut, ich komm mit. Ich komm jetzt sowieso, ja, um sechs. Kommst du auch mit Marienchen, oder? Gehen wir alle. Ich hab keinen Sinn. Komm, macht ihr mal. Oh, shit. Ja, du hast ja gar keine Sinn. Stimmt, du hast ja keiner. Fuck. Naja, gut, also ich wollte... Wir müssen es trotzdem abholen. Ich setz mich dann auch gleich bei den Fensterputzern nochmal morgens hin, bevor ich dann... Also, nachdem wir Make-up gemacht haben, fahr ich dann auch dahin und schau mir an, was die da treiben, ob ich da irgendwas abgreifen kann an Informationen. Yay, durchmachen und beim nächsten Tag direkt weitermachen. Kabäm. Oh, ich werd so sterben. Naja, egal. Hier, wir brauchen ganz, ganz dringend mehr Infos über den Heimwerker King. Und seine, 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 seine Typen. Und du, Mahina, hast die große Ehre, wer auch immer seine Angetraute, sein Angetrauter, sein Kind, sein, was auch immer ist, irgendwer, der viel über ihn weiß, rauszukriegen, wo seine Leidenschaften liegen. Jeder hat Leidenschaften. Entweder sind es die eigenen Kinder oder es ist irgendwas auch immer. Aber jeder hat das. Mahina nix. Ich guck mal, was ich rausfinden kann. Ähm, Willi, weißt du was über den? Über wen? Na, den Heimwerker King. Äh, nicht wirklich viel, aber ich meine, über den ist doch viel bekannt. Ich meine, ich kann ja mal eben kurz alle Daten, die ich da hab, über ihn raussuchen. Das wär voll gut, wenn du das tätest. Das können wir auch zur Not auf dem Weg machen. Und dann, wenn wir was darüber rauskriegen, kannst du's mal Hina schicken. Dann kann sie sich irgendwann direkt dann dran machen, irgendwie die Person zu besuchen, wenn's denn möglich ist. Ja. Vielleicht. Oder zur Not einfach nur anzurufen und irgendwie dann einen aufgekränkte Liebhaberin oder Sekretärin zu machen oder so. Ich hab mal gehört, Frauen solidarisieren sich gerne. Ich glaub, wobei, das könnte auch fürchterlich schief gehen. Machen Frauen sowas, Willi? Mit der Geliebten, das halte ich für unwahrscheinlich. Nee, nicht mit der Geliebten, aber wenn irgendwie sie das rausgekriegt hat und, und, äh, na, wobei, irgendwas anderes, da muss man sich vielleicht noch was anderes sagen. Mensch, ihr seid doch die Frauen von uns. Ihr wisst das doch. Na, was denn? Ich hab's mal ein bisschen irritiert, die Augenbraue hoch. Na, ihr geht doch hintern schwingend durch die Bader. Ich mein nicht, dass das nicht gut aussah, aber ihr könnt sowas. Ich kann sowas gar nicht. Also, Willi, wenn du mir jetzt einmal eine große Datensuche über den machst und mir das alles paket rüberschiebst, ich mein, ihr müsst ja jetzt eh noch was erledigen. Ich bin ja grad frei, sozusagen. Willi reagiert gerade nicht. Willi ist weg. Also, Willi ist physisch noch da, aber Willi reagiert auf gar nichts und die hat die Augen geschlossen. Ujo, guck mal hin an, zwecklos, die surft grad. Mal hin, er zuckt die Schulter. Du weißt aber schon, OT, dass du immer noch Willi erreichen kannst über Comlin quasi. Ja, ich glaub nicht, dass Mal hin da grad dran denkt. Okay. Und, äh, ESL, äh, Nachricht ist an, an Boris geschickt, dass ich jetzt noch gleich vorbeikomme. Wenn ich das nicht schon gesagt habe. Er freut sich, äh, sehr und so. Klar freut er sich. Ja, ich bin hier grad am Multitasken. Ich glaub's dir auch. Du weißt doch, dass, äh... Du kriegst ja schon von mir hier Daten auf die Festplatte geschoben, bis nach Mannheim. Ja, ja, Daten auf die Festplatte geschoben ist aber auch ein Euphemismus für, ne? Sperma oder Internet. Ne, normalerweise sag ich, ich schieb dir Daten auf die Festplatte, wenn ich dir irgendwas Tolles erzähle. Das ist für mich der Euphemismus. Oh, äh, na, natürlich. Das hab ich auch gedacht. Macht ja nix, aber schön, dass wir uns sexuell so nahe sind mittlerweile. See, see. Okay, ne, mach weiter. Ja, womit soll ich weitermachen? Ich bin grad kurz, äh, am Rödeln. Also du hast jetzt 15 Minuten bis Spielabendende. Du darfst jetzt entscheiden, äh, wen du zuerst spielen möchtest. Wir haben alle gesagt, was wir gerne machen würden und jetzt darfst du entscheiden, wo es weitergeht. Hä? Na, die Sache ist doch klar. Äh, als erstes in der Timeline kommt doch jetzt Boris, oder? Gut. Ich mein, das kann ungefähr noch viel schon hinkommen und dann können wir in der nächsten Dings mit Machina starten. Billy, äh, schlägt irgendwie nach 10 Minuten ungefähr die Augen wieder auf und, äh, grinst euch an und hat die Daten breit über den Heimwerker-King, die uns jetzt der Esel präsentieren darf, was sie gefunden hat. Ja, äh, bleib, 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 ne? Ach nein, der ist keine Waffe, den darf ich nicht sächsisch aussprechen, wo ist er denn überhaupt? Ja, das muss so ein Krasse... Also Mitrofan Gromov, der ja Novakok-süchtig ist, ne? Mit den kleinen Skandalen der Vergangenheit, 37 Jahre, was ihr alle schon wisst. War ja nicht immer der Heimwerker-King, nein, nein, das ist er ja nur erst seit, ich glaube, so vier Jahren oder so was. Ähm, davor hat er, äh, war er tätig in einer Renovierungsfirma für etwas reichere Leute, so eine Mittelschicht, manchmal ein bisschen drüber, aber nur nicht viel. Und hat sich da wohl auch durch einiges Geschick bewiesen und erst durch gute Kontakte zu Kunden, die meinten, oh, der ist ja voll charismatisch, alter Herr, äh, ist er dann quasi ins Showbiz abgeglitten, wie er, wie er auch. Und, ähm, wie wir wurde er dann auch sehr schnell Novakok-abhängig und es ging bergab. Ähm, er war vor, bis vor drei Jahren, nein, Quatsch, er war drei Jahre lang verheiratet mit, ähm, a la Tinochka und, ähm, das ist jetzt zwei Jahre her, dass quasi das dann auseinanderging. Ähm, die gute Frau ist jetzt 24, ihr dürft also jetzt rechnen. Ihhh, die war 19 und er war so 32. Mhh, lecker. Und, äh, da gab es wohl auch, ähm, nee, gab es nicht genau, es gab keinen Rosenkrieg. Es hätte sich ja angeboten, sie hätte ja versuchen können, oh, ich bin jetzt voll die russische geile Bitch und komm ins Fernsehen, yo, Bro, weil ich nämlich jetzt ganz dreckige Geheimnisse von irgendwelchen Buttplugs von ihm auspacken kann, hat sie nicht gemacht. Die arbeitet übrigens auch bei Zenit noch immer, aber woanders und ist da wohl für das alt, äh, altmodische Requisiten und Bühnenbild verantwortlich, also nicht verantwortlich, sondern die macht da mit. Ich hab auch keine große Nummer. Komm Link Nummer von der Habta, ähm, Wohnort Habta, ähm, und was wollt ihr denn noch wissen? Und ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben, ich hab nämlich jetzt nicht alles mitgeschrieben. Wir haben's ja auf Band. Ja, das sagen wir jedes Mal und dann stellen wir es so spät hoch für uns, dass wir, äh, nicht mehr zurecht kommen, aber ist egal. Seit wann kommen wir überhaupt zurecht? Touché. Braucht ihr noch irgendwas in irgendeine ganz spezielle Richtung? Irgendwelche alten Projekte, die er gemacht hat, wo man irgendwie, also sowas, was in die Richtung geht, was wir halt auch schon mal suchen, ähm, wo irgendwo was klar wurde, hat er sich mal mit irgendwo, ähm, sich mal irgendwo präsentiert in den Medien mit irgendwie, das ist sein, sein Ding und überhaupt. Manchmal machen die Leute ja sowas, gerade wenn sie charismatische Halbenwerker-Sendungen machen oder irgendwas anderes. Ähm, er hat mehrmals in einzelnen Sendungen am Anfang seiner Showkarriere verhalten, ähm, sich darüber mokiert, dass er seine richtigen Leidenschaften nicht präsentieren kann, obwohl das eigentlich das Heimwerker-Ding wäre. Später ist er dann auch schon mal ein bisschen mehr ausgerastet, also eher in die Richtung von wegen hier so eine Scheiße, also auch mal so ein halber Zusammenbruch auf Video, ganz großartig, war ein Riesenerfolg, übelste Quote, wo er einfach seine Dusche zerlegt hat, die er drei Folgen lang gebaut hat, weil das alles kacke ist und das alles nicht geil genug ist und er eigentlich viel über was anderes machen würde, aber das ist ja nicht erlaubt, das was in der Richtung. Hat er denn gesagt? Nein, es wurde nie klar, was. Vielleicht kann man da mit irgendeiner Doku oder einem Buch oder einem Artikel über den Kerl rangehen, möglicherweise funktioniert sowas. Buch für das vielleicht zu viel, aber irgendwie so eine Art Artikel oder so? Ist das jetzt eine Frage an mich, Nena? Nee, 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 das war jetzt eine... Sprechen doch mal wegen der vertrümmerten Duschern. Ja, nee, das war jetzt... Also Jojo meint das gerade so halblaut, denkend. Weiß nicht, vielleicht geht das ja. Also ich sag mal, wenn man da rangeht mit einem Artikel über den Typen, vielleicht, weiß ich nicht, kann sowas gehen? Kann sowas funktionieren? Also möglicherweise, also ich meine, die haben sich ja, wenn die sich jetzt keinen Rosenkrieg geliefert haben, dann wird die Tussi vermutlich nicht irgendwie anfangen, über den abzulästern oder irgendwas anderes, sondern dann ist die ja vielleicht sogar noch, also dann sind die vielleicht einfach nur auseinander und die sind sich aber noch ganz grün. Und wer weiß. Aber wenn man da, ich meine, sie wäre ja dann eine der ersten Anlaufstellen, also der Typ selbst, okay. Klar, aber möglicherweise will man da auch erstmal, recherchiert man da erstmal in der Umgebung irgendwie, um zu gucken oder irgendwas anderes. Naja, ganz so viel Zeit haben wir A nicht mehr und B könnte ich mich jetzt nochmal von der Tussi dranhängen. Also, dass ich mich jetzt nochmal über die Suche bei der schlau mache. Über die. Nee, nee, das meine ich ja nicht. Es geht ja eher darum, wie man sie jetzt auf ihn ansprechen kann quasi und wie man da mehr über ihn rauskriegt, weil es ja immer hieß, er will sein Projekt machen. Also, das klang ja jetzt mal an und dass er nicht das machen kann, was er eigentlich machen will. Es wäre aber jetzt cool rauszukriegen, was das denn ist. Und vielleicht kann man da irgendwie echt damit rangehen, dass man sie erstmal anruft und sagt, okay, den Termin bei ihm, den hat man jetzt einfach noch nicht, den hat man erst später bekommen. oder irgendwas in der Art. Oder was heißt, den hat man noch nicht, aber den will man sich jetzt erstmal später machen, um zu gucken, ob er halt genug Material liefert, damit sich das lohnt. Keine Ahnung, kann man sowas machen? Schickt euch doch in der Medienbranche aus. Du! Macht man sowas? Naja, wenn man sich als Reporter ausgeben kann entsprechend. Dann ja, klar. Dann kann man sowas definitiv angehen. Ja, es muss ja nicht mal richtig Reporter sein. Das kann ja auch unten... Aber du musst auf ihre Arroganz hoffen, dass du eher quasi über sie was erfahren willst und dann in dem Hintergrundzusammenhang über ihn Fragen stellst, subtil. Weil die Leute, die im Film und im Fernsehen arbeiten, sind alle schnösel, arrogant und Novakogabellig. Die ist ja nur im Bühnenbild... Ja, das macht doch nix. Die fühlt sich trotzdem wie ein großer Name. Ihr Name steht doch auch im Abspann drin. Sicher? Ja, natürlich. Aber du kennst sie doch nicht. Vielleicht ist sie ja nicht so. Willst du eine Wette drauf abschließen? Vor allen Dingen, ne? Hier, ihr kennt euch doch im Showbiz aus. Nee, so ist die doch vielleicht gar nicht. Ey, ich weiß nicht. Ich würde sie jetzt nicht per se verdammen. Also ich meine, möglicherweise ist sie ja noch völlig auf dem Boden geblieben und normal. Also, keine Ahnung, das jetzt über einen Kamm zu scheren, finde ich mutig. Jujo macht sich nur Gedanken, dass sie selbst jetzt auch so abhebt, weil sie einmal im Fernsehen war. Ja. Habe ich auch so das Gefühl. Naja, gut. Letzten Endes. War noch nie die. Was gab es so am nächsten Morgen? Ja, denn dann am nächsten Tag ist es leid. Und der Mann. Yay! Voll Legwork, die Damen. Hier geht's voll runter. Nützen alle irgendwie ihre Fertigkeiten mehr oder weniger aus. Was meint ihr denn? Machen sie das gut? Machen sie das schlecht? Wir wussten es ja auch bis vor kurzem noch nicht. Aber eigentlich hat sich dann herausgestellt, dass die ganze Sache, wie immer... Ja, nee, mehr werde ich nicht verraten. Wir haben 13 und 14 am Montag fertig gespielt. Heute ist es schon wieder Mittwoch, deswegen versuche ich auch die Folge fertig zu machen. Wie gesagt, am Montag sind wir fertig geworden mit dem Run mehr oder weniger. Das bedeutet, ihr kriegt heute die 11. Am Sonntag sollte ich die 12 fertig bekommen. Und dann kommen 13 und 14 und da geht's dann quasi richtig zur Sache. Beziehungsweise ihr werdet sehen, wie weit das zur Sache geht oder halt eben nicht. Ich weiß es ja nicht. Das dürft ihr selbst entscheiden. Und gerne freuen wir uns natürlich über euren Input immer. Wie eigentlich immer. Also wir haschen ja quasi nach Aufmerksamkeit von euch. Deswegen machen wir den ganzen Scheiß. Wir suchen nach Selbstbestätigung. Vor allem ich. Deswegen spiele ich auch einen transsexuellen. Oder über eine transsexuelle Einwesen. Gut. Was gibt's zu sagen? Von YouTube nix Neues. Die haben eigentlich jetzt sogar akzeptiert, dass wir das gemacht haben. Also das heißt, mein Claiming oder mein Dispute wurde anerkannt. Das ist also gerechtfertigt worden. Das heißt, keine Sperrung. Das ist gut. Alles andere. Ja. Was gibt's denn noch? Keine Ahnung. Eigentlich nicht viel. Deswegen halte ich mich auch gar nicht lange auf. Ich muss nämlich jetzt gleich anfangen zu trainieren. Ich sag damit dann doch lieber mal liebe Grüße an alle. Bedanke mich für die lieben Comments, die wir immer so bekommen von allen Leuten. Ich grüße auch an der Stelle mal Trollstrolch, mit dem ich vor kurzem in Verbindung war. Falls du es nicht gesehen hast, Trollstrolch, da ist eine E-Mail für dich in deinem Postfach. Kannst mir mal drauf antworten. Dann an alle anderen Subscriber, die ich jetzt nicht namentlich nennen werde, sage ich Dankeschön fürs Subscriben und fürs Zuhören und so. Und alle Neuankömmlinge freue ich mich auch immer drüber. Wenn wir auch von euch Feedback bekommen, wenn ihr nicht so im Mittelpunkt stehen wollt, dann könnt ihr mir das mitteilen. Oder könnt ihr das uns ja mitteilen. Trotzdem, besucht uns doch mal auf unserer Page. Also es ist ja die WordPress-Seite, also sprich die white-russians-sr5.wordpress.com im World Wide Web. Oder eben im YouTube-Kanal auch gerne gehört, gesehen, gelesen, geschrieben, wie auch immer. Und somit hat sich dann das Grüßen auch wieder getan. Wie so immer an der Stelle, wie ich das halt immer so schön sage, an der Stelle, sagen wir, dass die White Russians unter der Creative Common Attribution License laufen. 3.0 mittlerweile. Wir distanzieren uns von irgendwelchen Copyright-Rechten bezüglich Shadowrun, weil die natürlich der Tops Incorporated gehören. Die Intro- und Outro-Music kommt von den Kreml-Krauts, auch dieses Mal wieder. Wir müssen mal die Kreml-Krauts anschreiben und denen Danke sagen für die geile Musik. Ansonsten macht ihr das doch mal. Schwätzt uns an. Höh. Naja, vielleicht auch lieber nicht. Naja, jedenfalls sind die auch im Internet zu finden, auf ihrer Kreml-Krauts-Seite oder auf Soundcloud.com. Und bitte nicht denken, dass wir irgendwelche Volksverhetzungen betreiben oder irgendwelche Vorurteile gegen Meta-Menschen oder andere Menschen haben. Das ist nicht der Fall. Der Podcast ist rein zum Spaß. Und das war es dann von mir für heute. Und ich wünsche alles Liebe und Gute. Bis zum nächsten Mal. Eure White Russians. Ciao.